Sir Henry Baskerville Unser Frühstückstisch war schon zeitlich abgeräumt und Holmes wartete im Morgenrock auf den angekündigten Besuch. Seine Klienten waren pünktlich, denn die Uhr hatte gerade zwölf geschlagen, als Dr. Mortimer mit dem jungen Baronet eintrat. Dieser war ein kleiner, lebhafter, dunkelhaariger Mann von ungefähr 30 Jahren, sehr stämmig gewachsen, mit buschigen schwarzen Augenbrauen und einem scharf geschnittenen Gesicht, aus dem Kampfeslust sprach. Er trug einen grau-rötlichen Sommeranzug und hatte die wetterbraune Gesichtsfarbe eines Mannes, der sich fast immer im Freien aufhält. Trotzdem lag in seinem Blick und in der ruhigen Sicherheit seines Auftretens ein gewisses Etwas, das den Gentleman verriet. »Dies ist Sir Henry Baskerville«, sagte Dr. Mortimer. »Ja, das bin ich, Mr. Holmes. Und das Seltsame dabei ist, dass ich Sie aus eigenem Antrieb aufgesucht haben würde, wenn mein Freund hier mir nicht den Vorschlag gemacht hätte. Ich höre, Sie sind ein berühmter Rätselrater und mir ist heute Morgen eins aufgegeben worden, zu dessen Lösung ich nicht die Gabe besitze. »Hm. Bitte nehmen Sie Platz, Sir Henry. Wenn ich Sie recht verstehe, so sagen Sie, Sie haben seit Ihrer Ankunft in London ein seltsames Erlebnis gehabt. »Ach, nichts von großer Bedeutung, Mr. Holmes. Höchstwahrscheinlich nur ein schlechter Spaß. Es handelt sich um diesen Brief, wenn Sie es überhaupt einen Brief nennen wollen. Ich bekam ihn heute früh.« Er legte einen Briefumschlag auf den Tisch und wir traten alle heran, um ihn uns näher anzusehen. Es war ein grau-weißer Umschlag von geringer Qualität. Die Adresse Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel, war von ungelenker Hand geschrieben. Der Poststempel lautete Charing Cross und die Marke war am Abend vorher abgestempelt. »Wer wußte, dass Sie ins Northumberland Hotel gehen wollten?«, fragte Holmes mit einem scharfen Blick auf unseren Besucher. »Kein Mensch kann das gewusst haben. Wir entschieden uns für dieses Hotel erst, nachdem ich Dr. Mortimer getroffen hatte.« »Aber Dr. Mortimer wohnte ohne Zweifel bereits dort?« »Nein, ich habe bei einem Bekannten logiert,« sagte der Doktor. »Niemand konnte vermuten, dass wir in dieses Hotel zu gehen beabsichtigten.« »Hm. Irgendjemand scheint ein sehr tiefes Interesse an Ihren Handlungen zu haben.« Aus dem Umschlag zog Holmes einen doppelt gefalteten halben Briefbogen hervor. Er faltete ihn auseinander und legte ihn flach auf den Tisch. In der Mitte des Blattes stand ein einziger Satz, der durch aufgeklebte gedruckte Wörter gebildet war. Er lautete, »Wenn Sie Wert auf Ihr Leben oder Ihren Verstand legen, so bleiben Sie fern vom Moor.« Nur das Wort Moor war mit Tinte geschrieben. »Nun«, sagte Sir Henry Baskerville, »vielleicht können Sie mir sagen, was zum Kuckuck das bedeutet, und wer der Mensch ist, der sich so eifrig um meine Angelegenheiten bekümmert.« »Was halten Sie davon, Dr. Mortimer? Sie müssten zugeben, dass es sich bei diesem Brief jedenfalls nicht um etwas Übernatürliches handelt?« »Nein, das nicht, aber er könnte sehr wohl von jemand herrühren, der davon überzeugt ist, dass die Geschichte übernatürlich ist.« »Was für eine Geschichte?«, fragte Sir Henry in scharfem Ton. »Mir scheint, meine Herren, Sie alle wissen viel mehr von meinen Angelegenheiten als ich selber.« »Sie sollen in unser Wissen eingeweiht sein, bevor Sie aus diesem Zimmer gehen, Sir Henry,« sagte Holmes. »Das verspreche ich Ihnen. Für den Augenblick wollen wir mit Ihrer Erlaubnis unsere Aufmerksamkeit auf dieses sehr interessante Dokument konzentrieren. Es muss gestern Abend verfasst und zur Post gebracht worden sein. Haben Sie die Times von gestern, Watson? Sie liegt da an der Ecke. »Darf ich Sie darum bitten, der Mittelteil, wenn Sie so gut sein wollen, mit den Leitartikeln?« Er überflog mit schnellem Blick die Spalten. »Ein famoser Artikel über Freihandel. Erlauben Sie mir, Ihnen einiges daraus vorzulesen. Wenn manche Leute sich auch mit der Einbildung schmeicheln, der Wert unseres Handelns und unserer Industrie werde durch einen Schutzzoll erhöht, so bleiben doch derartige Maßregeln dem Gemeinwesen stets gefährlich. Es handelt sich geradezu um unser wirtschaftliches Leben oder Sterben. Und wir hoffen, unseres Volkes gesunder Verstand sieht es ein, dass eine solche Wirtschaftspolitik auf die Dauer sogar in den englischen Wohlstand Bresche schlagen müsste.« »Was meinen Sie dazu, Watson?« rief Holmes, sich in hellem Entzücken die Hände reibend. »Halten Sie die daran ausgedrückte Ansicht nicht für bemerkenswert?« Dr. Mortimer sah Holmes mit einem ärztlich prüfenden Blick an und Sir Henry Baskerville richtete ganz verblüfft seine dunklen Augen auf mich und sagte, »Ich verstehe nicht viel vom Zolltarif und solchem Zeug. Aber mir scheint, wir sind in Bezug auf meinen Brief ein bisschen von der Spur abgekommen.« »Im Gegenteil. Ich bin der Meinung, wir sind ganz besonders scharf auf der Spur. Watson hier weiß besser über meine Methoden Bescheid als Sie. Aber ich fürchte, auch er hat die Bedeutung des Zeitungsartikels nicht ganz begriffen. Nein, ich gestehe, dass ich keinen Zusammenhang entdecken kann. Und doch, mein lieber Watson, ist eine sehr nahe Beziehung vorhanden, denn der Brief ist aus dem Zeitungsartikel herausgeschnitten. »Wenn, wird, so bleiben, dem, leben oder, verstand, auf, legen.« »Sehen Sie jetzt, woher diese Worte stammen?« »Donnerwette, Sie haben recht.« »Na, das nenne ich aber Scharfsinnigkeit,« rief Sir Henry. »Wenn überhaupt noch Zweifel bestünden, so würden Sie durch die Tatsache widerlegt, dass »so bleiben« und »leben oder« in einem Stück ausgeschnitten sind.« »Wahrhaftig, ja. So ist es.« »Wirklich, Mr. Holmes, das geht weit über mein Begriffsvermögen,« sagte Dr. Mortimer mit einem erstaunten Blick auf meinen Freund. »Ich könnte verstehen, wenn mir jemand sagte, die Wörter seien aus einer Zeitung, aber dass Sie den Namen dieser Zeitung nennen und hinzufügen. Die Stelle befände sich im Leitartikel. Das ist sicherlich eines der merkwürdigsten Dinge, die mir je begegnet sind. Wie haben Sie das angestellt?« »Ich vermute, Herr Doktor, Sie könnten auf den ersten Blick den Schädel eines Afrikaners von dem eines Eskimos unterscheiden?« »Natürlich.« »Aber wie kommt das?« »Weil das mein besonderes Steckenpferd ist.« »Die Unterschiede sind augenfällig.« »Die Erhöhung über den Augenhöhlungen, der Gesichtswinkel, die Krümmung der Kinnbacken, der...« »Nun, dies hier ist mein besonderes Steckenpferd.« »Und die Unterschiede sind ebenso augenfällig.« »Für meine Augen ist zwischen der durchschossenen Borges, eines Leitartikels der Times, und der unsauberen Schrift eines Halfpenny-Abendblattes ebenso viel Unterschied wie für Sie zwischen einem Afrikaner und einem Eskimos-Schädel.« »Die Unterscheidung der verschiedenen Drucktypen gehört zu den Anfangsgründen für einen wissenschaftlich denkenden Sachverständigen. Ich muss jedoch zugeben, dass ich in meiner ganz frühen Jugend einmal den Leeds Mercury mit den Western Morning News verwechselt habe, aber ein Times-Leitartikel ist gar nicht zu verkennen. Diese Wörter konnten keiner anderen Zeitung entnommen sein. Weil der Brief gestern angefertigt wurde, sprach eine starke Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir die Wörter in der gestrigen Nummer finden würden. »Soweit ich Ihnen folgen kann, Mr. Holmes,« bemerkte Sir Henry Baskerville, »hat jemand diese Wörter mit einer Schere, mit einer Nagelschere ausgeschnitten, ja. Wie Sie sehen können, war es eine Schere mit sehr kurzer Klinge, denn es war für die Wörter »so bleiben« ein zweimaliges Zuschneiden nötig. »Richtig.« »Es schnitt also jemand den Text des Briefes mit einer kurzklingigen Schere aus, klebte ihn mit Kleister, mit Gummi,«, sagte Holmes, »mit Gummi auf das Papier.« »Aber ich möchte wissen, warum dann das Wort »moor« geschrieben ist. »Weil man das Wort nicht gedruckt finden konnte. Die anderen Wörter sind alle einfach und würden sich in jeder Zeitungsnummer finden lassen, aber das Wort »moor« ist weniger gewöhnlich.« »Das ist allerdings eine gute Erklärung.« »Haben Sie sonst etwas aus dem Brief herausgelesen, Mr. Holmes?« »Es sind ein paar Andeutungen darin, obgleich der Absender sich die allergrößte Mühe gegeben hat, alle verräterischen Spuren zu verwischen. Die Adresse ist, wie Sie sehen, mit unbeholfen geformten Buchstaben geschrieben, aber die Times ist ein Blatt, das man kaum je in anderen Händen als in denen gebildeter Leute findet. Wir können daher annehmen, dass der Brief von einer gebildeten Person verfertigt wurde, die den Anschein erwecken wollte, als gehöre der Absender den ungebildeten Klassen an. Und dieses Bemühen, die Handschrift zu verstellen, legt den Schluss nahe, dass der Schreiber Ihnen bekannt ist oder Ihnen bekannt werden könnte. Ferner werden Sie bemerken, dass die Wörter nicht in einer geraden Linie aneinandergeklebt sind, sondern dass einige von Ihnen viel höher stehen als andere. Leben oder zum Beispiel steht ganz außerhalb der Reihe. Das kann entweder auf Unachtsamkeit des Ausschneidenden hindeuten oder es mag davon gekommen sein, dass dieser aufgeregt und in Eile war. Im Großen und Ganzen neige ich der letzten Annahme zu, denn die Anfertigung eines solchen Briefes war offenbar eine wichtige Sache und es ist unwahrscheinlich, dass der Verfertiger dabei unachtsam gewesen sein soll. War er aber in Eile, so leitet dieser Umstand zu der interessanten Frage, warum er in Eile war, denn jeder Brief, der bis zu den frühen Morgenstunden auf die Post gegeben wurde, musste in Sir Henrys Hände kommen, bevor er das Hotel verließ. Fürchtete der Verfertiger eine Unterbrechung? Und von wem? Wir kommen jetzt ziemlich weit in das Gebiet der Mutmaßungen hinein, sagte Dr. Mortimer. Sagen Sie lieber in das Gebiet, wo wir die verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander abwägen und uns für die Wahrscheinlichste entscheiden. Wir nutzen unsere Einbildungskraft wissenschaftlich, jedoch haben wir in diesem Fall immerhin eine tatsächliche Grundlage für unsere Spekulationen. Sie werden freilich ohne Zweifel denken, ich verlege mich aufs Raten, aber ich bin fast ganz sicher, dass diese Adresse in einem Hotel geschrieben worden ist. Wie in aller Welt können Sie das sagen? Wenn Sie den Umschlag sorgfältig prüfen, so werden Sie bemerken, dass dem Schreiber sowohl Tinte als auch Feder Schwierigkeiten gemacht haben. Die Feder hat zweimal in einem einzigen Wort gespritzt und die Tinte ist beim Schreiben der kurzen Adresse nicht weniger als dreimal ausgegangen. Ein Beweis, dass das sehr wenig im Tintenfass gewesen sein muss. In einem Privathaus lässt man es selten dahin kommen, dass Feder oder Tinte sich in einem solchen Zustand befinden. Und dass gar beide zusammen so vorgefunden werden, kommt gewiß kaum jemals vor. Dagegen kennen Sie wohl die Tinte und Federn, die man in Gasthöfen findet. Diese sind fast immer abscheulich. Ja, ich sage ohne Bedenken, könnten wir die Papierkörbe der Gasthöfe in der Nähe von Charing Cross durchsuchen, bis wir die Überreste des zerschnittenen Times-Artikels fänden. So könnten wir die Hand auf die Person legen, die diesen eigenartigen Brief abgeschickt hat. Hallo, hallo, was ist das? Er prüfte den Bogen mit den aufgeklebten Wörtern noch einmal sorgfältig, indem er ihn ganz nah vor die Augen hielt. Nun? Nichts, sagte er das Blatt hinlegend. Es ist ein gewöhnlicher, unbeschriebener, halber Bogen. Nicht einmal ein Wasserzeichen ist darin. Ich denke, wir haben aus dem sonderbaren Brief so viele Anhaltspunkte gewonnen, wie überhaupt möglich ist. Und nun, Sir Henry, noch eine Frage. Ist Ihnen sonst irgendetwas Erwähnenswertes begegnet, seitdem Sie in London sind? Nein, wirklich nicht, Mr. Holmes, ich glaube nicht. Sie haben niemand bemerkt, der Sie beobachtet hat oder Ihnen nachgegangen ist? Ich scheine ja richtig mitten in einem Groschenroman hineingeraten zu sein, bemerkte unser Besucher. Warum zum Kuckuck sollte mir irgendjemand nachgehen oder mich beobachten? Auf diesen Punkt kommen wir noch. Sie haben also nichts anderes zu berichten, bevor wir uns mit der Sache selbst beschäftigen? Hm. Es kommt darauf an, was nach Ihrer Meinung des Berichtens wert ist. Alles. Was von dem gewöhnlichen Gang des Alltagslebens abweicht, sollte nach meiner Ansicht erwähnt werden. Sir Henry lächelte und sagte, Ich kenne bis jetzt noch nicht viel von dem Leben in England, denn ich bin seit meiner frühesten Jugend in den Vereinigten Staaten und in Kanada gewesen. Aber hoffentlich wird es hier nicht als alltäglich angesehen, wenn man einen von seinen Stiefeln verliert. Sie haben einen Ihrer Stiefel verloren? Mein lieber Herr, lief Dr. Mortimer, er ist bloß verlegt. Sie werden ihn vorfinden, wenn Sie wieder ins Hotel kommen. Was hat es für einen Zweck, Mr. Holmes mit solchen Lappalien zu behelligen? Er wollte ja alles erfahren, was vom gewöhnlichen Gang des Alltagslebens abweicht. Ganz recht, sagte Holmes. Mag der Vorfall auch noch so unwichtig erscheinen. Also Sie sagen, Sie haben einen von Ihren Stiefeln verloren? Oder ihn verlegt, meinetwegen. Ich stellte sie gestern Abend beide vor meine Tür, und heute Morgen war bloß noch einer da. Aus dem Jungen, der Sie zu putzen hatte, war kein gescheites Wort herauszubringen. Am meisten ärgert mich dabei, dass ich die Stiefel erst gestern Abend am Strand gekauft und noch nicht getragen hatte. Wenn Sie sie noch gar nicht angehabt hatten, warum stellten Sie sie dann zum Reinigen vor die Tür? Es waren Wildlederschuhe und sie waren noch nicht gefirnist, darum stellte ich sie hinaus. Sie gingen also gestern sofort nach Ihrem Eintreffen in London aus und kauften ein paar Schuhe. Ich machte überhaupt eine ziemliche Menge Einkäufe. Dr. Mortimer begleitete mich dabei. Wissen Sie, da ich nun mal da hinten in Dingsda, den Großgrundbesitzer spielen soll, so muss ich mich doch mal ein bisschen fein machen. Und ich bin vielleicht im fernen Westen etwas nachlässig in meinem Anzug geworden. Außer anderen Sachen kaufte ich die braunen Schuhe. Gab sechs Dollar dafür? Und einer davon wird mir gestohlen, ehe ich sie überhaupt nur an den Füßen gehabt habe. Ein einzelner Schuh ist doch ein recht ungeeigneter Gegenstand für einen Dieb, sagte Sherlock Holmes. Ich gestehe, ich teile Dr. Mortimers Ansicht und glaube, dass sich binnen Kurzem der verlorene Schuh wieder einfinden wird. Und nun, meine Herren, sagte der Baronet in bestimmtem Ton, habe ich, wie mir scheint, von dem bisschen, was ich weiß, genug gesprochen. Es ist Zeit, dass Sie Ihr Versprechen erfüllen und mir eine ausführliche Auskunft über all diese rätselhaften Vorgänge geben. Ihr Wunsch ist berechtigt, antwortete Holmes. Herr Doktor, ich glaube, Sie könnten nichts Besseres tun, als Ihrem Freund, die Geschichte in derselben Weise zu erzählen, wie Sie sie uns vortrugen. Auf diese Aufforderung zog der gelehrte Herr seine Papiere aus der Tasche und erläuterte aufgrund derselben den ganzen Fall in gleicher Art wie am Morgen vorher. Sir Henry Baskerville hörte mit gespanntester Aufmerksamkeit zu und ließ von Zeit zu Zeit einen Ausruf der Überraschung hören. Nun, er scheinbar mit dem übrigen Besitz zugleich auch eine Geisterrache geerbt zu haben, sagte er, als der Doktor mit seiner langen Erzählung fertig war. Natürlich habe ich von dem Höllenhund schon in der Kinderstube fortwährend erzählen hören. Es ist das Lieblingsmärchen unserer Familie. Indessen habe ich es früher niemals ernst genommen. Aber die Geschichte vom Tod meines Onkels, wissen Sie, mir wirbelt im Kopf alles durcheinander. Ich kann mir noch keine klare Meinung darüber bilden. Sie scheinen sich selber auch nicht ganz klar darüber zu sein. Ob es ein Fall für die Polizei oder für die Geistlichkeit ist. Ganz recht. Nun kommt noch die Geschichte mit dem Brief dazu. Ich vermute, das hängt damit zusammen. Es scheint daraus hervorzugehen, dass irgendjemand besser als wir über die Vorgänge auf dem Moor Bescheid weiß, sagte Dr. Mortimer. Und weiter bemerkte Holmes, dass dieser jemand Ihnen nicht feindlich gesonnen ist, da man sie vor der Gefahr warnt. Vielleicht ist es auch möglich, dass Sie mich zu Ihrem eigenen Vorteil von der Gegend fernzuhalten suchen. Das kann natürlich auch sein. Ich bin Ihnen zu größtem Dank verpflichtet, Herr Doktor, dass Sie mich vor ein Problem stellen, das verschiedene interessante Lösungen verspricht. Aber nun haben wir uns zunächst über einen wichtigen Punkt klar zu werden. Sir Henry, ist es für Sie ratsam oder nicht, dass Sie nach Baskerville Hall gehen? Warum sollte ich nicht gehen? Es scheint Gefahr damit verbunden zu sein. Meinen Sie Gefahr von unserem Familiendämon oder Gefahr von Seiten menschlicher Wesen? Das müssen wir eben herausbekommen. Nun mag dem sein, wie ihm wolle. Meine Antwort steht fest. Mr. Holmes, kein Teufel in der Hölle und kein Mensch auf Erden kann mich hindern, in das Haus meiner Väter zu gehen. Bei dieser Antwort werde ich bleiben. Seine dunklen Augenbrauen zogen sich bei diesen Worten zusammen und ein tiefes Rot flog über sein Gesicht. Augenscheinlich war das feurige Temperament der Baskervilles in dem letzten ihres Stammes noch nicht erloschen. Indessen, fuhr er fort, habe ich noch nicht recht Zeit gehabt, über alles von Ihnen Gesagte gehörig nachzudenken. Es ist ein bisschen viel verlangt, dass ich sofort meine Entscheidung in einer Sache treffen soll, die ich noch kaum richtig begriffen habe. Ich möchte mir in einer ruhigen Stunde alles ordentlich zurechtlegen, um zu einem Entschluss zu kommen. Jetzt ist es halb zwölf. Mr. Holmes und ich gehen geraden Weges zu meinem Hotel. Jetzt ist es halb eins. Mr. Holmes und ich gehen geraden Weges zu meinem Hotel. Wie wäre es, wenn Sie und Ihr Freund, Herr Dr. Watson mit uns frühstückten? Dann werde ich Ihnen genau sagen können, was für einen Eindruck die ganze Geschichte auf mich macht. Passt Ihnen das, Watson? Vollkommen. Nun, so können Sie uns erwarten. Soll ich Ihnen eine Droschke holen lassen? Ich möchte lieber gehen, denn diese Geschichte hat mich ein bisschen warm gemacht. Ich werde mich Ihnen mit Vergnügen bei diesem Spaziergang anschließen, bemerkte sein Begleiter. Also treffen wir uns um zwei. Auf Wiedersehen und guten Morgen. Wir hörten die Schritte unserer Besucher, die die Treppe hinabstiegen. Dann wurde die Haustür geschlossen. Augenblicklich war Holmes aus dem träumerischen Denker zu einem Mann der Tat geworden. Ihren Hut und ihre Stiefel, Watson, schnell! Wir haben keinen Augenblick zu verlieren! Er eilte in sein Schlafzimmer, warf seinen Hausrock ab und erschien ein paar Sekunden darauf in einem Gehrock. Wir eilten die Treppe hinunter und betraten die Straße. Dr. Mortimer und Baskerville waren ein paar hundert Schritte vor uns in der Nähe der Oxford Street noch sichtbar. Soll ich voranlaufen und Ihnen sagen, dass Sie auf uns warten? Um Gottes Willen nicht, mein lieber Watson! Ihre Gesellschaft genügt mir vollkommen, wenn Sie die meinige erdulden wollen. Unsere neuen Bekannten tun sehr recht, dass sie zu Fuß gehen, denn es ist ein wirklich sehr schöner Tag für einen Spaziergang. Er beschleunigte seinen Schritt, bis wir die von uns den beiden Herren trennende Entfernung ungefähr auf die Hälfte verkürzt hatten. Wir folgten Ihnen die Oxford Street entlang und dann die Regent Street hinunter. Einmal blieben sie stehen und besahen sich ein Schaufenster, worauf Holmes es ebenso machte. Einen Augenblick darauf ließ er einen Ausruf der Befriedigung hören. Ich folgte seinem schnellen Blick und sah, dass eine Droschke, in der ein Mann saß, von der Stelle auf der anderen Straßenseite, wo sie gehalten hatte, jetzt langsam weiterfuhr. Das ist unser Mann, Watson. Vorwärts! Wenn wir schon nicht mehr tun können, wollen wir ihn uns wenigstens genau ansehen. Im selben Augenblick bemerkte ich einen buschigen, schwarzen Bart und ein paar stechende Augen, die sich durch das Seitenfenster der Droschke auf uns richteten. Unmittelbar darauf fuhr die Klappe im Verdeck des Wagens in die Höhe, dem Kutscher wurde etwas zugerufen und die Droschke raste die Regent Street hinunter. Holmes sah sich schnell nach einer anderen um, aber es war keine Leere in Sicht. Dann lief er dem Wagen in wilder Verfolgung durch das Straßengetriebe nach, aber der Vorsprung war zu groß und die Droschke war bald nicht mehr zu sehen. Da haben wir's, sagte Holmes. Ach, da haben wir's, sagte Holmes bitter als er keuchend und ganz blass vor Ärger wieder aus dem Wagen Gewoge hervorkam. Welch unerhörtes Pech und welche Tölpelei dazu! Watson, Watson, wenn Sie ein gewissenhafter Mann sind, so müssen Sie diese Dummheit ebenfalls berichten und meinen Erfolgen gegenüberstellen. Wer war der Mann? Ich habe keine Ahnung. Ein Spion? Nach allem, was wir gehört haben, ist Baskerville seit seiner Ankunft in der Stadt ganz offenbar von irgendjemand sehr scharf überwacht worden. Wie hätte sonst der Betreffende so schnell wissen können, dass der junge Mann das Northumberland Hotel als Quartier gewählt hat? Wenn man ihm am ersten Tag nachging, so würde man, das war meine Schlussfolgerung, ihm auch am zweiten nachgehen. Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich, während Dr. Mortimer seine Geschichte vorlas, zweimal ans Fenster ging? Ja, ich erinnere mich. Ich sah nach, ob vielleicht jemand auf der Straße herumlungert, konnte aber niemand entdecken. Wir haben es mit einem gescheiten gescheiten Mann zu tun, Watson. Die ganze Geschichte ist sehr ernster Art. Ich bin mir zwar noch nicht ganz schlüssig geworden, ob wir es mit einem feindlichen oder mit einem freundlichen Element zu tun haben, aber ich behalte stets das Wie und Warum im Auge. Als unsere Besucher fortgingen, folgte ich ihnen sofort, in der Hoffnung, ihren unsichtbaren Verfolger ausfindig machen zu können. Das muss ein Schlaukopf sein, denn er hat sich nicht auf seine Beine verlassen, sondern sich eine Droschke genommen, so dass er bald hinter ihnen her oder an ihnen vorbeifahren konnte, ohne bemerkt zu werden. Das hat außerdem noch den Vorteil, dass er im Stande war, ihnen sofort zu folgen, wenn sie etwa selber eine Droschke nehmen sollten. Indessen hatte es auch einen offenbaren Nachteil. Er machte den Droschken Kutscher zum Mitwisser. Ganz recht? Ach, wie schade, dass wir uns nicht die Nummer gemerkt haben. Mein lieber Watson, so tölpelhaft ich mich auch benommen habe, so bilden sie sich doch wohl nicht allen ernstes ein, dass ich vergessen hätte, nach der Nummer zu sehen. Unser Mann hat Nummer 2704, aber das kann uns für den Augenblick nichts nützen. Ich kann nicht einsehen, was sie mehr hätten tun können. Ich hätte, als ich die Droschke bemerkte, augenblicklich umkehren und in der entgegengesetzten Richtung weitergehen sollen. Ich hätte in aller Gemütlichkeit eine Droschke nehmen und dann dem Mann in angemessener Entfernung folgen können, oder noch besser, ich wäre zum Northumberland Hotel gefahren und hätte dort gewartet. Wenn unser Unbekannter dem jungen Basker nachgefahren wäre, so hätten wir ihn mit seinen eigenen Mitteln schlagen und selber sehen können, wohin er sich weiter begab. Wir haben es also einer unüberlegten Voreiligkeit, die von unserem Gegenspieler mit außerordentlicher Schnelligkeit und Entschlossenheit ausgenutzt wurde, zu verdanken, dass wir den Mann aus den Augen verloren haben. Wir sind selber schuld. Während dieses Gesprächs waren wir langsam die Regent Street entlang geschlendert und Dr. Mortimer und sein Begleiter waren längst unseren Blicken entschwunden. Es hat keinen Zweck, dass wir ihnen noch weiter nachgehen, sagte Holmes. Der Spürhund ist verschwunden und wird nicht wiederkommen. Wir müssen uns überlegen, was für Trümpfe wir jetzt noch in der Hand haben und müssen sie fest und entschlossen ausspielen. Könnten sie vor Gericht bezeugen, wie der Mann in der Droschke aussah? Ich auch. Und daraus folgere ich, dass der Bart aller Wahrscheinlichkeit nach falsch war. Ein kluger Mann, der auf ein so heikles Unternehmen aus ist, braucht einen Bart nur, um sein Gesicht zu verbergen. Kommen Sie mit hier herein, Watson. Er betrat eins der Büros der Expressbotengesellschaft und wurde von dem Geschäftsführer mit großer Herzlichkeit begrüßt. Ach, Wilson, Sie haben den kleinen Fall nicht vergessen, wo ich in der angenehmen Lage war, Ihnen beistehen zu können? Ganz gewiss werde ich es nicht vergessen. Sie retteten meinen guten Namen und vielleicht mein Leben. Es schwebt mir so vor, Wilson. Sie hatten unter Ihren Burschen einen gewissen Cartwright, der sich während unserer Bemühungen als recht gewandt. Erwies? Ja, Mr. Holmes, der ist noch bei uns. Könnten Sie ihn einmal hereinkommen lassen? Danke. Dann hätte ich gerne Kleingeld für diesen fünf Pfundschein. Ein vierzehnjähriger Knabe mit aufgewecktem, scharf geschnittenem Gesicht war auf das Klingelzeichen des Geschäftsführers erschienen und stand jetzt in einer Haltung voller Ehrfurcht vor dem berühmten Detektiv. Geben Sie mir mal bitte das Hotel Adressbuch, sagte Holmes. Danke. Hier, Cartwright, sind die Namen von 23 Hotels, die sämtlich in unmittelbarer Nachbarschaft von Charing Cross liegen. Hier, siehst du? Jawohl! Du wirst sie sämtlich eins nach dem anderen aufsuchen. Jawohl! Überall gibst du zuerst dem Portier an der Eingangstür einen Schilling. Jawohl! Hier sind 23 Schilling. Du wirst ihm sagen, du wünschst, die fortgeworfenen Papiere von gestern zu sehen. Du sagst, du suchtest ein wichtiges Telegramm, das verkehrt bestellt worden wäre. Verstanden? Jawohl! In Wirklichkeit suchst du aber nach dem Mittelteil der gestrigen Times-Nummer, woraus mit einer Schere einige Stellen herausgeschnitten sind. Hier es sich handelt. Du könntest sie leicht wiedererkennen, nicht wahr? Jawohl! Der Portier von der Eingangstür wird überall den Portier von der Halle heranrufen. Diesem wirst du ebenfalls einen Schilling geben. Hier sind noch 23 Schillinge. In 20 Fällen von den 23 wirst du hören, dass der Inhalt der Papierkörper verbrannt oder sonst irgendwie fortgeschafft worden sei. In den drei anderen Fällen wird man dir einen Haufen Papier zeigen und du wirst darin nach dem Times Blatt suchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es findest, ist ungeheuer gering. Hier sind zehn Schillinge extra für unvorhergesehene Ausgaben. Schick mir vor heute Abend einen telegrafischen Bericht in die Baker Street. Und nun, Watson, haben wir uns bloß noch telegrafisch nach dem Droschken Kutsche Nummer 2704 zu erkundigen und dann wollen wir in irgendeinen von den Kunstsalons in der Bond Street gehen, um uns die Zeit zu vertreiben, bis wir im Hotel sein müssen. Drei zerrissene Fäden Sherlock Holmes besaß in sehr bemerkenswertem Maß die Gabe, seine Gedanken, wie er wollte, ablenken zu können. In den nächsten zwei Stunden hatte er den rätselhaften Fall, in dessen Geheimnisse wir verwickelt waren, scheinbar völlig vergessen über die Betrachtung von Gemälden der modernen belgischen Schule. Selbst nachdem wir die Galerie verlassen hatten, sprach er, bis wir vor dem Hotel angelangt waren, ausschließlich über Kunst, wovon er, nebenbei bemerkt, höchst barbarische Begriffe hatte. Sir Henry Baskerville ist oben und erwartet sie, sagte der Hotelsekretär. Er bat mich, sie sofort nach ihrer Ankunft zu ihm führen zu lassen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich vorher einen Blick in Ihr Gästebuch werfe? fragte Holmes. Nicht das geringste. Aus dem Buch ergab sich, dass nach dem Namen Baskerville nur zwei Eintragungen gemacht waren. Die eine betraf Theophilus Johnson nebst Familie aus Newcastle, die andere Mrs. Oldmore und Kammerjungfer von High Lodge Alton. Dieser Mr. Johnson muss unbedingt ein alter Bekannter von mir sein, sagte Holmes. Ein Rechtsanwalt, nicht wahr, mit grauen Haaren und etwas lahm? Oh nein, dieser Mr. Johnson ist Kohlenbergs Hauswerksbesitzer, ein sehr rüstiger Herr und nicht älter als Sie. Täuschen Sie sich auch wirklich nicht in Bezug auf seinen Beruf? Nein, gewiss nicht. Er steigt schon seit vielen Jahren stets bei uns ab und ist uns sehr gut bekannt. Ach so. Dagegen ist wohl nichts mehr zu sagen. Nun noch Mrs. Oldmore. Mir ist, als erinnerte ich mich Ihres Namens. Entschuldigen Sie meine Neugier, aber wenn man sich nach einem Bekannten erkundigt, findet man bei der Gelegenheit oft einen anderen wieder. Mrs. Oldmore ist eine kränkliche alte Dame. Ihr Gemahl war früher Bürgermeister von Gloucester. Sie kommt stets zu uns, wenn sie in London ist. Danke. Wie es scheint, kann ich leider keinen Anspruch auf Ihre Bekanntschaft erheben. Wir haben durch meine Fragen eine sehr wichtige Tatsache festgestellt, Watson, fuhr Holmes leise fort, als wir die Treppe hinaufgingen. Wir wissen jetzt, dass die Leute, die sich so außerordentlich aufmerksam um Sir Henry bekümmern, nicht in seinem Hotel Wohnung genommen haben. Daraus geht hervor, dass ihnen nicht nur, wie wir gesehen haben, sehr viel daran liegt, ihn zu beobachten, sondern, dass es ihnen ebenso darauf ankommt, nicht von ihm gesehen zu werden. Aus diesem Umstand aber lässt sich sehr viel entnehmen. Was denn zum Beispiel? Es folgt daraus, Hallo, mein lieber Herr, was ist denn nur los? Wir waren oben an sehen, dass sie mit ihren dummen Späßen an den Falschen geraten sind. Sie sollen sich nur in Acht nehmen. Zum Donnerwetter, wenn der Kerl meinen fehlenden Schuh nicht finden kann, dann gibt's Krach. Ich kann einen Spaß vertragen, Mr. Holmes, aber diesmal haben sie doch ein bisschen sehr über die Stränge geschlagen. Sie suchen immer noch ihren Schuh? Jawohl, und ich will ihn wieder haben. Aber Sie sagten doch, es sei ein neuer brauner. War es auch. Und nun es ist ein alter Schwarzer. Was? Sie wollen doch nicht sagen? Jawohl, das will ich sagen. Ich hatte überhaupt bloß drei Paar Schuhe, die neuen braunen, die alten schwarzen und die Lackschuhe, ich anhabe. Gestern Abend nahmen sie einen von den braunen weg und heute Vormittag mopsen Sie mir einen von den Schwarzen. Na, haben Sie ihn endlich, raus mit der Sprache, Mann, und glotzen Sie mich nicht so an. Ein aufgeregter deutscher Hausdiener war erschienen. Nein, Herr, sagte er, ich habe überall im ganzen Hotel herumgefragt, aber kein Mensch weiß etwas davon. Hören Sie, entweder ist bis heute Abend der Schuh wieder da, oder ich sage dem Wirt, dass ich sofort sein Hotel verlasse. Der Schuh wird sich finden, Herr, ich verspreche es Ihnen, wenn Sie ein bisschen Geduld haben wollen, so wird er gefunden werden. Nehmen Sie sich in Acht. Es ist das letzte Mal, dass mir etwas von meinen Sachen in dieser Räuberhöhle abhanden kommt. Mr. Holmes, Sie werden entschuldigen, dass ich Sie mit solchen Lappalien behellige. Oh, mich dünkt, die Sache ist gar keine Lappalie. Sie machen ja ein ganz ernstes Gesicht dazu. Wie erklären Sie sich die Sache? Ich versuche gar nicht, die mir zu erklären. Es ist das verrückteste und sonderbarste Ding, was mir je vorgekommen ist, wie mir scheint. Das Sonderbarste? Ja, das mag sein, sagte Holmes nachdenklich. Was halten Sie selber davon? Bis jetzt verstehe ich es noch nicht. Ihr Fall ist sehr verwickelt, Sir Henry. Bringe ich ihn in Verbindung mit Ihres Onkels Tod, so weiß ich wirklich nicht, ob unter den 500 Fällen allerersten Ranges, die ich unter den Händen hatte, jemals einer derart abgründig war. Aber wir haben verschiedene Fäden in der Hand und die Aussicht, dass uns der eine oder andere von diesen zur Wahrheit führt. Wir werden vielleicht Zeit verlieren, indem wir einem falschen Faden folgen, aber früher oder später müssen wir doch den richtigen finden. Das Frühstück war recht heiter. Von der Angelegenheit, die uns zusammengeführt hatte, wurde nicht viel gesprochen. Erst als wir nach dem Essen im anstoßenden Salon saßen, fragte Holmes Sir Henry Baskerville, was er zu tun gedächte. Ich gehe nach Baskerville Hall. Und wann? Ende dieser Woche. Im Großen und Ganzen, sagte Holmes, finde ich Ihren Entschluß sehr richtig. Ich habe die vollkommene Gewißheit, dass Ihre Schritte hier in London überwacht werden, und in dieser Millionen Stadt ist es schwer herauszufinden, was für Leute hinter Ihnen her sind und was Sie wollen. Wenn Sie böse Absichten haben, so könnten Sie Ihnen etwas zu Leide tun, was wir nicht im Stande wären zu verhindern. Sie wissen wohl nicht, Herr Dr. Mortimer, dass Ihnen heute Vormittag jemand gefolgt ist, als Sie von meinem Haus fortgingen? Dr. Mortimer fuhr von seinem Stuhl auf und rief, uns folgte jemand? Wer? Das kann ich Ihnen unglücklicherweise nicht sagen. Haben Sie unter Ihren Nachbarn oder Bekannten von Dartmoor irgendeinen Mann mit schwarzem Vollbart? Nein. Oder warten Sie mal, doch, ja, Barrymore, Sir Charles Kammerdiener, trägt einen schwarzen Vollbart. Ha, wo ist Barrymore? Er ist Hausverwalter auf Baskerville Hall. Wir wollen uns lieber vergewissern, ob er wirklich dort ist oder ob er vielleicht in London sein könnte. Wie können Sie das? Geben Sie mir ein Telegram-Formular. Ist alles bereit für Sir Henry? So, das genügt. Adresse Mr. Barrymore Baskerville Hall. Wo ist das nächste Telegrafenamt? Grimpton, sehr gut. Wir schicken eine zweite Depesche an den Postmeister von Grimpton, Telegram an Mr. Barrymore ist zu eigenen Händen zu bestellen. Wenn diese abwesend gefälligst Drahtantwort an Sir Henry Baskerville North Thumberland Hotel. Dadurch können wir vor heute Abend wissen, ob Barrymore auf seinem Posten in Devonshire ist oder nicht. Sie haben Recht, sagte Baskerville. Übrigens, sagen Sie doch mal, Herr Doktor, was ist dieser Barrymore eigentlich für ein Mann? Er ist die Familie ist schon seit vier Generationen im Amt. Soviel ich weiß, sind er und seine Frau ein so respektables Ehepaar wie nur eines in der ganzen Gegend. Zugleich ist es sehr klar, fiel Baskerville ein, dass solange niemand von der Familie im Schloss wohnt, die Leutchen ein großartig schönes Haus und nichts zu tun haben. Ja, das stimmt. Hatte Barrymore irgendeinen Vorteil von Sir Charles Testament, fragte Holmes. Er und seine Frau bekamen je 500 Pfund Sterling. Oho, wussten sie, dass sie das bekommen würden? Ja, Sir, Charles sprach mit Vorliebe von seiner letzten Verfügung. Das ist sehr interessant. Ich will hoffen, sagte Dr. Mortimer, Sie sehen nicht mit misstrauischen Augen auf jeden, der von Sir Charles mit einem Vermächtnis bedacht worden ist, denn mir hat er auch tausend Pfund hinterlassen? Was sie nicht sagen. Und hat er auch sonst nach anderen Leuten etwas ausgesetzt? Viele unbedeutende Beträge für einzelne Personen, viele größere für öffentliche Wohltätigkeitseinrichtungen. Der ganze Rest fiel an Sir Henry. Und wie viel betrug dieser Rest? 740.000 Pfund. Holmes zog überrascht die Augenbrauen empor und sagte, ich hatte keine Ahnung, dass es sich um eine solche Riesensumme handelt. Sir Charles galt als reich, aber wir wussten selbst nicht, wie ungeheuer reich er war, bevor wir an die Aufstellung seiner Papiere kamen. Der Gesamtwert des Vermögens belief sich auf beinahe eine Million. Alle Wetter. Dafür dürfte wohl jemand ein verzweifeltes Spiel wagen. Noch eine Frage, Herr Doktor. Angenommen unserem jungen Freund hier, stieße etwas zu. Verzeihen Sie bitte diese unangenehme Hypothese, Sir Henry. Wer würde dann das Vermögen erben? Da Sir Charles jüngerer Bruder Roger Baskerville unverheiratet gestorben ist, so würde der Besitz an die Desmonds kommen. Sie sind entfernte Verwandte. James Desmond ist ein älterer Geistlicher an Westmoreland. Danke. Alle diese Einzelheiten sind von großer Bedeutung. Haben Sie Mr. Desmond je persönlich gesehen? Ja, er kam einmal herüber, um Sir Charles zu besuchen. Er ist ein Mann von würdiger Erscheinung und gottseligem Lebenswandel. Ich erinnere mich, dass er sich weigerte, von Sir Charles eine Rente anzunehmen, obwohl dieser sie ihm geradezu aufdrängte. Und dieser Mann von einfachen Lebensgewohnheiten würde also Sir Charles Hunderttausende erben? Er würde der Erbe des Landbesitzes sein, weil es ein Familiengut ist. Er würde ebenfalls das Geld erben, wenn nicht etwa der derzeitige Eigentümer anderweitig darüber verfügte, was er natürlich nach seinem Belieben tun kann. Und haben Sie Ihr Testament gemacht, Sir Henry? Nein, Mr. Holmes, das habe ich nicht getan. Ich habe keine Zeit dazu gehabt, denn ich erfuhr überhaupt erst gestern, wie die Verhältnisse liegen. Aber nach meinem Gefühl sollte das Geld an den kommen, der Titel und Landbesitzer hält. Wie soll denn der Besitzer den alten Glanz der Baskerville wiederherstellen, wenn er nicht genug Geld hat, um den Besitz in gutem Stand zu halten? Haus, Land und Geld müssen beieinander bleiben. Ganz recht. Nun, Sir Henry, ich bin ebenfalls Ihrer Meinung, dass es sich empfiehlt, wenn Sie unverzüglich nach Devonshire gehen. Nur muss ich einen Vorbehalt machen, Sie dürfen auf keinen Fall allein reisen. Dr. Mortimer fährt mit mir zurück, aber Dr. Mortimer hat seine Praxis und wohnt ein paar Meilen weit weg von Ihnen. Beim allerbesten Willen würde er nicht im Stande sein, Ihnen zu helfen. Nein, Sir Henry, Sie müssen irgendjemanden mitnehmen, einen zuverlässigen Mann, der Ihnen nicht von der Seite geht. Wäre es vielleicht möglich, dass Sie selber mitkämen, Mr. Holmes? Wenn es zu einer Krise kommt, werde ich mich nach Kräften bemühen, persönlich anwesend zu sein, aber Sie werden begreifen, dass ich mich bei meiner ausgedehnten Praxis und den Anbetracht der fortwährenden Hilfsgesuche von allen Seiten unmöglich für unbestimmte Zeit von London entfernen kann. Gerade in diesem Augenblick ist einer der ehrwürdigsten Namen Englands damit bedroht, von einem Erpresser besudelt zu werden und nur ich kann einen unheilvollen Skandal verhindern. Sie sehen gewiss selber ein, dass ich unmöglich mit nach Dartmoor gehen kann. Wen würden Sie mir also dann empfehlen? Holmes legte seine Hand auf meinen Arm und sagte, wenn mein Freund bereit wäre, so könnten Sie in einem Augenblick der Bedrängnis keinen besseren Mann an Ihrer Seite haben. Das kann niemand zuversichtlicher behaupten als ich. Der Vorschlag kam mir völlig unerwartet, aber bevor ich Zeit hatte, etwas zu erwidern, ergriff Baskerville meine Hand und schüttelte sie herzlich, indem er ausrief, das ist wirklich sehr liebenswürdig von Ihnen, Herr Doktor. Sie sehen, wie es mit mir steht, und Sie wissen von der ganzen Geschichte ebenso viel wie ich selber. Wenn Sie mit nach Basketball Hall kommen und mir beistehen wollten, so werde ich das nie vergessen. Die Aussicht auf ein Abenteuer hatte stets einen berückenden Zauber für mich. Auch schmeichelten mir Holmes anerkennende Worte und die Freudigkeit, womit der Baronet mich als Begleiter begrüßte. Ich sagte daher, ich will mit Ihnen gehen, mit Vergnügen. Ich wüsste nicht, wie ich meine Zeit besser verwenden könnte. Sie werden mir sehr getreulich Bericht erstatten, sagte Holmes. Wenn eine Krise kommt, und es kommt eine, das ist ganz sicher, so werde ich Ihnen Weisung geben, was zu tun ist. Bis Samstag könnten Sie wohl mit allen Geschäften hier in London fertig sein? Wäre das Herrn Dr. Watson recht? Vollkommen. Also treffen wir uns, wenn wir nichts Gegenteiliges hören, am Samstag zum Halbelfzug am Bahnhof Paddington. Wir waren aufgestanden, um uns zu verabschieden, als plötzlich Baskerville einen Triumphruf ausstieß, in eine der Zimmerecken stürzte und einen braunen Schuh unter einem Schrank hervorzog. Mein verloren gegangener Schuh, rief er. Mögen sich alle Ihre Schwierigkeiten so leicht lösen, sagte Sherlock Holmes. Aber das ist doch eine sehr sonderbare Sache, bemerkte Dr. Mortimer. Ich hatte vor dem Frühstück das Zimmer ganz sorgfältig durchsucht. Und ich auch, sagte Baskerville. Jeden Zoll breit. Es war ganz bestimmt kein Schuh im Zimmer. Dann muss ihn der Hausdiener hingestellt haben, während wir beim Frühstück saßen. Der Deutsche wurde gerufen, beteuerte aber, er wisse von nichts. Alles Fragen führte zu keinem Ergebnis. Eine neue Zutat, zu der sich fortwährend vergrößernden Reihe von kleinen Geheimnissen, die uns in dem kurzen Zeitraum von zwei Tagen entgegengetreten waren. Der Empfang des Briefes mit den Druckbuchstaben, der schwarzbärtige Spion in der Droschke, das Abhandenkommen des alten, schwarzen und jetzt das Wiederauffinden des neuen braunen Schuhs. Holmes saß schweigend in der Droschke, als wir nach der Baker Street zurückfuhren, und ich sah an seinen gerunzelten braunen und den scharf zusammengezogenen Gesichtszügen, dass sein Geist ebenso wie der meinige eifrig an der Arbeit war, eine Theorie auszudenken, in deren Rahmen alle diese seltsamen und scheinbar zusammenhanglosen Ereignisse sich einfügen ließen. Als wir zu Hause waren, saß er den ganzen Nachmittag und noch einen guten Teil des Abends in Tabaks Qualm eingehüllt und tief in Gedanken versunken. Unmittelbar bevor wir zu Tisch gingen, wurden zwei Telegramme zugestellt. Das erste lautete, soeben erfahren, dass Barrymore in Baskerville Hall ist. Baskerville. Das zweite meldete uns, weisungsgemäß 23 Hotels aufgesucht, ausgeschnittenes Timesblatt leider nicht auffindbar. Cartwright. Da reißen zwei von meinen Fäden, Watson. Nichts macht aber den Geist schärfer als ein Fall, wo alles schief geht. Wir müssen uns nach einer anderen Spur umsehen. Wir haben noch den Droschkenkutscher, der den Spion fuhr. Allerdings, ich habe an die Zentralstelle für das Vorwesen telegrafiert, sie möchten mir Namen und Wohnung des Mannes mitteilen. Es sollte mich nicht wundern, wenn wir hier die Antwort auf meine Frage bekämen. Es hatte in diesem Augenblick geläutet und dieses Zeichen bedeutete sogar noch Besseres als eine bloße Antwort, denn die Tür ging auf und herein kam ein vierschrötiger Mann, offenbar der Kutscher selber. Ich kriegte Bescheid vom Amt, sagte er. Ein Herr, der in der Baker Street wohnt, hätte da mir gefragt. Ich habe meine Droschke nun schon sieben Jahre lang gefahren und nie eine Klage gehabt. Darum komme ich vom Stall und frage sie gerade ins Gesicht, was sie gegen mich haben. Ich habe ganz und gar nichts gegen sie, mein guter Mann, sagte Holmes. Im Gegenteil, ich habe einen halben Sovereign für sie, wenn sie mir klare und deutliche Antworten auf meine Fragen geben wollen. Ich habe einen guten Tag gehabt und es war alles sauber, sagte der Kutscher grinsend. Was möchten sie wissen, Herr? Zuallererst ihren Namen und ihre Adresse für den Fall, dass ich sie später noch einmal brauchen sollte. John Clayton, Trapist Street Nummer 3, in Borough. Meine Droschke gehört zur Schibleys Vorgesellschaft, dicht beim Wort, Lubano. Sherlock Holmes schrieb sich die Adresse auf und fuhr fort. Nun, Clayton, sagen Sie mir alles, was Sie von dem Mann wissen, der heute Morgen um zehn in ihrer Droschke hier nahe bei meinem Haus wartete und sie nachher die Regent Street hinunter hinter den beiden Herren herfahren ließ. Der Mann war verdutzt und wurde ein bisschen verliegen. Ah, sagte er nach einigen Besinnen, hat es wohl nicht viel Zweck, dass ich Ihnen Geschichten erzähle. Sie wissen ja wohl schon so viel davon wie ich selber. Die Sache ist die, der Herr sagte mir, er wäre Detektiv und ich dürfe keinem Menschen was über ihn sagen. Mein lieber Mann, es handelt sich um eine sehr ernste Sache und Sie könnten in eine recht hässliche Klemme kommen, wenn Sie versuchen sollten, mir irgendetwas zu verheimlichen. Sie sagen, Ihr Fahrgast erzählte Ihnen, er wäre Detektiv? Jawohl, alles tat er. Alles tat er. Wann sagte er das? Als er fortging. Sagte er noch was? Ja, er nannte seinen Namen. Holmes warf einen schnellen Blick voller Triumph auf mich und sagte, oh, er nannte seinen Namen wirklich? Das war unvorsichtig. Was war das denn für ein Name? Sein Name, antwortete der Droschkenkutscher, war Sherlock Holmes. Niemals sah ich bei meinem Freund einen derart verblüfften Gesichtsausdruck wie bei diesen Worten des Droschkenkutschers. Einen Augenblick lang saß er sprachlos da, dann brach er in ein herzliches Lachen aus und rief, eine Abfuhr, Watson, eine unleugbare Abfuhr. Ich bin da an eine Klinge geraten, die ebenso schnell und gewandt ist wie die meinige. Der Mann hat mir diesmal wirklich gut heimgeleuchtet, also sein Name war Sherlock Holmes, sagten sie? Jawohl, Herr, so hieß der Herr, ausgezeichnet. Sagen Sie mir, wie Sie mit ihm zusammenkamen und alles, was ich sonst noch zutrug? Um halb zehn sprach er mich auf dem Trafalgusquare. Er sagte, er wäre Detektiv und bot mir zwei Guinness, wenn ich den ganzen Tag genau täte, was er verlangt und keine Fragen stellen würde. Natürlich griff ich mit beiden Händen zu. Zuerst fuhr wir zum Northumberland Hotel und warteten da, bis zwei Herren herauskamen und in eine von den Droschken am Halteplatz stiegen. Wir fuhren ihrem Wagen nach, bis er irgendwo hier in der Nähe anhielt. Hier? Vor meiner Tür, fiel Holmes ein. Das kann man nicht so genau sagen, aber mein Fahrgast wusste jedenfalls über alles Bescheid. Ein Stück weiter die Straße hinunter hielten wir ebenfalls und da warteten wir anderthalb Stunden. Dann kamen die beiden Herren bei uns vorbei, sie gingen zu Fuß und wir fuhren hinter ihnen her, die Baker Street hindurch und dann, weißt schon, sagte Holmes, bis wir schließlich ungefähr drei Viertel von der Regent Street entlang gefahren waren. Da stieß plötzlich der Herr in meiner Droschke die Klappe auf und rief mir zu, ich solle so schnell wie möglich direkt zum Waterloo Bahnhof fahren. Ich schlug auf meinen Gaul ein und in weniger als zehn Minuten waren wir da. Er bezahlte mir meine zwei Guinness und blanken Gold in die Hand und ging in den Bahnhof hinein. Im Augenblick, als er wegging, drehte er sich um und sagte, vielleicht interessiert es Sie zu hören, dass Sie Sherlock Holmes gefahren haben. Dieser Art verfuhr ich seinen Namen. Ich verstehe. Und weiter sahen und hörten Sie nichts von ihm? Nachdem man in das Bahnhofsgebäude hineingegangen war, nicht mehr. Und könnten Sie mir wohl Mr. Sherlock Holmes ein bisschen beschreiben? Der Kutscher kratzte sich hinterm Ohr. Ach, er war eigentlich nicht so ein Herr, den man so ganz leicht beschreiben kann. Ich möchte ihn auf etwa vierzig Jahre schätzen. Er war mittelgroß, so zwei bis drei Zoll kleiner als sie. Angezogen war, mächtig fein und hat einen schwarzen Bart, der unten breit abgeschnitten war und ein blasses Gesicht. Weiter wüsste ich nichts über ihn zu sagen. Die Farbe seiner Augen? Nein, davon kann ich nichts sagen. Und sonst können Sie sich wirklich auf nichts mehr besinnen? Meiner, das ist alles. hier ist Ihr halber Sovereign und ein anderer halber wartet auf Sie, wenn Sie mir eine neue Auskunft bringen können. Guten Abend. Guten Abend, Herr. Schönen Dank. John Clayton ging von innerer Heiterkeit erfüllt aus der Tür und Holmes wandte sich mit einem Achselzucken und einem etwas kümmerlichen Lächeln zu mir und sagte Schnapp, da geht der dritte Faden in zwei und wir stehen wieder am Anfang. Der schlaue Schuft. Er kannte unsere Hausnummer, wußte, dass Sir Henry Baskerville mich um Rat gefragt hatte und er riet in der Regent Street, wer ich war. Dann dachte er sich, dass ich mir wahrscheinlich die Nummer seiner Droschke gemerkt hätte und daher leicht an den Kutscher herankommen könnte. Deshalb schickte er mir diese freche Nachricht. Ich sage Ihnen, Watson, diesmal haben wir es mit einem Gegner zu tun, der unserer Klinge würdig ist. Ich bin in London matt gesetzt. Ich kann nur hoffen, dass Sie in Devonshire mehr Glück haben, aber es macht mir schwere Sorgen. Was denn? Dass ich Sie hinschicke. Es ist eine eklige Geschichte, Watson, eine eklige gefährliche Geschichte und je mehr ich davon zu sehen bekomme, desto weniger gefällt sie mir. Ja, mein lieber Freund, Sie mögen darüber lachen, aber auf mein Wort, ich werde froh sein, wenn ich Sie wieder heil und gesund hier in der Baker Street habe. Baskerville Hall Sir 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 Henry Baskerville und Dr Mortimer waren am verabredeten Tag reisefertig und zur verabredeten Stunde fuhren wir vom Bahnhof Paddington ab. Sherlock Holmes fuhr mit mir zum Bahnhof und gab mir zum Abschied noch seine letzten Weisungen und Ratschläge. Ich will Sie nicht mit Mutmaßungen und Verdachtsgründen beeinflussen, Watson. Ich wünsche von Ihnen nichts weiter, als dass Sie mir so ausführlich wie möglich alle Tatsachen berichten. Die Theorien können Sie mir überlassen. Was für Tatsachen soll ich berichten? fragte ich. Alles, was Ihnen in irgendeinem, wenn auch noch so losem Zusammenhang mit dem Fall zu stehen scheint, besonders die Beziehungen zwischen dem jungen Baskerville und seinen Nachbarn oder alle neuen Umstände, die in Bezug auf Sir Charles' Tod bekannt werden. Ich habe in den letzten Tagen auf eigene Faust einige Erkundigungen eingezogen, aber ohne Ergebnisse. Ganz sicher scheint nur eines festzustehen, nämlich, dass James Desmond, der nächst berechtigte Erbe, ein älterer Herr von sehr liebenswürdigem Wesen ist und dass daher die Bedrohung nicht von ihm ausgeht. Ich glaube wirklich, wir können ihn gänzlich aus unseren Berechnungen streichen. Dann bleiben noch die Leute, die Sir Henry Baskervilles Umgebung auf dem Moor bilden werden. Wäre es nicht gut, zuallererst dieses Ehepaar Barrymore wegzujagen? Um Gottes Willen nicht! Sie unschuldig sind, so wäre es eine grausame Ungerechtigkeit. Sind Sie aber schuldig, so würden wir uns damit jede Aussicht nehmen, sie zu überführen. Nein, nein, wir wollen sie nur auf unsere Liste von Verdächtigen belassen und weiter nichts. Außer ihnen ist, wenn ich mich recht erinnere, im Schloss noch ein Stallknecht. Ferner wohnen in der Nähe zwei Moorbauern. Dann haben wir unseren Freund Dr. Mortimer, der, wie ich glaube, vollkommen ehrenhaft ist und dessen Frau, von der wir nichts wissen. Dann kommt der Naturforscher Stapleton und dessen Schwester, die eine recht anziehende junge Dame sein soll. Ferner Mr. Franklin von Love the Hall, ebenfalls ein unbekannter Faktor vor uns und noch ein oder zwei andere Nachbarn. Das sind die Leute, die sie zum Gegenstand ihrer ganz besonderen Beobachtung machen müssen. Ich will mein Bestes tun. Sie haben doch Waffen bei sich? Ja, ich dachte, es wäre gut, sie mitzunehmen. Ganz gewiss. Halten sie Tag und Nacht ihren Revolver bereit und ergreifen sie alle Vorsichtsmaßnahmen. Unsere Bekannten hatten bereits ein Abteil erster Klasse belegt und warteten auf dem Bahnsteig auf uns. Nein, wir haben durchaus nichts Neues zu berichten, sagte Dr. Mortimer in Beantwortung der Frage meines Freundes. Aber auf eins kann ich einen Eid ablegen, nämlich, dass wir während der beiden letzten Tage nicht beobachtet worden sind. Wir sind niemals ausgegangen, ohne auf das Schärfste aufzupassen, und es würde niemand unserer Aufmerksamkeit entgangen sein. Sie sind, wie ich annehme, stets zusammen ausgegangen? Ja, mit Ausnahme von gestern Nachmittag. Wenn ich in London bin, so widme ich für gewöhnlich einen Tag dem reinen Vergnügen. Ich ging daher in das Museum der Chirurgischen Gesellschaft. Und ich sah mir ein bisschen das Getriebe im Park an, sagte Baskerville. Aber wir hatten keine Unannehmlichkeiten irgendwelcher Art. Es war aber trotzdem unvorsichtig, sagte Holmes kopfschüttelnd und mit sehr ernstem Gesicht. Ich bitte Sie, Sir Henry, nicht allein auszugehen. Es könnte Ihnen sonst ein großes Unglück zustoßen. Haben Sie Ihren anderen Schuh wiederbekommen? Nein, er ist verschwunden geblieben. Wirklich, das ist sehr interessant. Nun, gute Reise, sagte er noch, da der Zug den Bahnsteig entlang zu gleiten begann. Beherzigen Sie, Sir Henry, einen von den Sätzen in der seltsamen alten Geschichte, die Dr. Mortimer uns vorgelesen hat, und meiden Sie das Moor in jenen Stunden der Finsternis, da die bösen Mächte ihr Spiel treiben. Ich blickte noch einmal zum Bahnsteig zurück, als wir schon weit weg waren, und sah Sherlock Holmes große, ernste Gestalt regungslos dastehen und uns nachstarren. Die Reise verlief schnell und angenehm. Ich nutzte sie, um mit meinen beiden Gefährten näher bekannt zu werden. Nach ein paar Stunden folgte dem braunen Boden rötliche Erde, statt der Ziegelhäuser sah man Granitbauten und rotbunte Kühe, grasten auf wohlumzäunten Wiesen, deren saftiger und üppiger Gras wuchs auf ein milderes, wenn gleich auch feuchteres Klima hindeutete. Der junge Baskerville sah eifrig aus dem Fenster und stieß Von Ferne ein grauer, melancholischer Hügel mit seltsam zerklüftetem Gipfel, trübe und unbestimmt wie eine fantastische Traumlandschaft. Untertitelung Vielen Dank. 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 Er ist nun seit drei Tagen draußen und die Zuchthauswächter bewachen jeden Weg und jeden Bahnhof, aber bis jetzt haben sie ihn noch nicht zu Gesicht gekriegt. Dem Bauern hier in der Gegend ist es nicht gerade angenehm, Herr. So viel steht fest. Na, ich denke doch, Sie bekommen fünf Pfund, wenn Sie dem Mann anzeigen können. Das schon, Herr. Aber was ist denn die Aussicht, fünf Pfund zu kriegen gegen die andere Aussicht, dass einem die Kehle durchgeschnitten wird? Sie müssen wissen, der Mann ist kein gewöhnlicher Sträfling. Das ist einer, der vor nichts zurückschrecken würde. Wer ist es denn? Selden. Der Mörder von Notting Hill. Ich erinnere mich. 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 hinter uns zu. Wir befanden uns in einem schönen, weiten, hohen Raum mit einer schweren Decke aus altersgeschwärzten Eichenbalken. In dem großen, altertümlichen Kamin prasselte und knisterte auf hohen, eisernen Feuerböcken ein Holzfeuer. Sir Henry und ich streckten unsere Hände darüber aus, denn die lange Fahrt hatte uns völlig durchkältet. Dann sahen wir uns um. Ein hohles, schmales Fenster mit altem, bunten Glas, eichenes Wandgetäfel, an den Wänden Hirschgeweihe und Wappenschilder. Und dies alles, trübe und dämmerig, im gedämpften Licht der in der Mitte des Raumes herabhängenden Lampe. Gerade so ist's, wie ich's mir vorgestellt hatte, rief Sir Henry. Ist es nicht wie ein typisches Gemälde von einem alten Familiensitz? Wenn ich denke, dass dies die Halle ist, worin fünf Jahrhunderte lang meine Vorfahren gelebt haben, mich stimmt's ganz feierlich. Ich sah, wie jugendliche Begeisterung sein dunkles Gesicht erhellte, als er sich so umsah. Er stand im vollen Schein des Lichtes, aber lange Schatten bedeckten die Wände und hingen wie ein schwarzes Gewölbe über ihm. Barrymore war wieder eingetreten, nachdem er das Gepäck auf unsere Zimmer befördert hatte. Er stand jetzt in der unterwürfigen Haltung eines gut erzogenen Dieners vor uns. Ein auffallend hübscher Mann, groß, stattlich, mit einem breit abgeschnittenen Kinnbart und blassen, edel geformten Zügen. Wünschen Sie, dass das Essen sofort aufgetragen wird, Herr? Es ist fertig. In ein paar Minuten, Herr. Warmes Wasser finden Sie in Ihren Zimmern. Meine Frau und ich werden glücklich sein, Sir Henry bei Ihnen zu bleiben, bis Sie Ihre Anordnungen getroffen haben. Sie werden begreifen, dass der Haushalt unter den neuen Verhältnissen eine beträchtliche Dienerschaft erfordern wird. Was für neue Verhältnisse meinen Sie? Ich wollte nur sagen, Herr, dass Sir Charles sehr zurückgezogen lebte und dass wir ausreichten, um seine Ansprüche zu befriedigen. Sie werden natürlich größere Gesellschaft um sich haben und deshalb werden Sie auch Veränderungen im Haushalt treffen müssen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie und Ihre Frau gehen wollen? Nur wenn es Ihnen völlig genehm ist, Herr. Aber Ihre Familie ist doch mehrere Generationen durch bei uns gewesen, nicht wahr? Es sollte mir leid tun, wenn ich meine Niederlassung an diesem Ort damit beginnen müsste, eine solch alte Verbindung zu lösen. Es kam mir vor, als nämlich auf dem blassen Gesicht des Kammerdieners einige Anzeichen von Rührung war. Ich habe dasselbe Gefühl, Herr, und meine Frau auch, antwortete dieser. Aber um die Wahrheit zu sagen, Herr, wir haben beide an Sir Charles gehangen. Sein Tod ging uns sehr nahe und seitdem weckt diese Umgebung nur noch schmerzvolle Erinnerungen in uns. Ich fürchte, wir werden, solange wir auf Basketball Hall sind, niemals unser frohes Gemüt wiederfinden. Aber was haben Sie denn vor? Ich zweifle nicht, Herr, dass es uns gelingen wird, irgendein Geschäft zu eröffnen. Sir Charles' Freigiebigkeit hat uns die Mittel verschafft. Und nun, meine Herren, ist es wohl am besten, wenn ich Ihnen Ihre Zimmer zeige. Eine breite, von Balustraden eingefasste Galerie lief dicht unter der Decke um die Halle herum. Eine Doppeltreppe führte zu ihr hinauf. Von diesem Mittelpunkt aus erstreckten sich zwei lange Korridore, die die Türen zu allen Schlafzimmern enthielten, über die ganze Länge des Gebäudes hin. Mein Zimmer lag im selben Flügel wie das Sir Henrys, beinahe Tür an Tür. Diese Zimmer waren augenscheinlich viel moderner als der Mittelbau des Schlosses und ihre hellen Tapeten sowie zahlreiche brennende Kerzen taten das ihre, um den düsteren Eindruck zu verscheuchen, der sich bei unserer Ankunft meines Geistes bemächtigt hatte. Aber der Speisesaal, in dem man von der Halle aus gelangte, war wieder trübselig und düster. Ein langes Zimmer mit einem erhöhten Ende, wo die Familie gespeist hatte. Eine Stufe führte zu dem für die Dienstleute bestimmten niedrigeren Teil des Raumes. An einem Ende befand sich in halber Höhe eine Galerie, von wo aus die Barden ihre Vorträge gehalten hatten. Altersgeschwärzte Balken zogen sich über unseren Häuptern unter der rauchdunklen Decke hin. Von brennenden Fackeln erhellt, von den bunten Farben und der derben Heiterkeit eines mittelalterlichen Gelages erfüllt, mochte der Saal nicht so übel ausgesehen haben. Nun aber saßen in dem riesigen Raum nur zwei schwarz befragte Herren in dem kleinen Lichtkreis, der vom Schirm der Tischlampe begrenzt wurde. Und da sank die Stimme zum Flüstern herab. Und die Stimmung wurde melancholisch. Eine Reihe von Ahnenbildern in allen möglichen Trachten, vom Ritter der elisabethanischen Heldenzeit bis zum Dandy aus den Kreisen des Prinzregenten, starrten in der Halbdämmerung auf uns hernieder und bedrückten uns durch ihre schweigsame Gesellschaft. Wir sprachen wenig, und ich für mein Teil war herzlich froh, als das Essen vorüber war, und wir uns in das modern eingerichtete Billardzimmer zurückziehen konnten, um eine Zigarette zu rauchen. Es ist wahrlich kein sehr heiteres Haus, begann Sir Henry. Ich glaube wohl, dass man sich allmählich eingewöhnen kann, aber augenblicklich komme ich mir ein bisschen verwirrt vor. Ich wundere mich nicht, dass mein Onkel ein wenig absonderlich wurde, wenn er ganz allein in einem solchen Haus wohnte. Doch wenn es Ihnen recht ist, wollen wir heute früh zu Bett gehen. Vielleicht sieht das Ganze im Morgenlicht doch etwas heiterer aus. Ich zog, bevor ich mich zu Bett legte, die Vorhänge zurück und sah aus dem Fenster. Es ging auf den Rasenplatz vor dem Haupteingang. Im Hintergrund rauschten zwei Baumgruppen und wiegten sich im Nachtwind. Der Halbmond trat durch die Lücken der eilig ziehenden Wolken. In seinem kalten Licht sah ich hinter den Bäumen zackige Felsklippen und den langen, niedrigen Bogen des melancholischen Moores. Ich zog die Vorhänge wieder zu. Dieser letzte Eindruck passte zu meiner bereits vorhandenen Stimmung. Und doch war es noch nicht der allerletzte Eindruck. Ich war ermüdet und konnte trotzdem nicht einschlafen. Unruhig warf ich mich von einer Seite auf die andere und suchte den Schlaf, der nicht kommen wollte. In der Ferne schlug jede Viertelstunde eine Glocke, sonst lag Totenstille über dem Haus. Dann, plötzlich, in dem tiefen Grabesschweigen der Nacht, klang ein Laut an mein Ohr. Ein heller, deutlicher, unverkennbarer Ton. Es war das Weinen einer Frau. Ein unterdrücktes, halb ersticktes Schluchzen. Von Schmerz und Kummer gequält. Ich setzte mich im Bett aufrecht und horchte mit gespannter Aufmerksamkeit. Das Geräusch konnte nicht weit abgewesen sein. Ganz gewiss kam es aus dem Haus selbst. Eine halbe Stunde lang wartete ich mit Anspannung aller meiner Nerven. Aber kein anderer Ton ließ sich hören als das Schlagen der Glocke und das Rascheln des Nachtwindes im Efeu, draußen an der Wand. Die Stapletons von Merripit House Der schöne, frische Morgen des nächsten Tages tat einiges, um den trübseligen ersten Eindruck von Baskerville Hall etwas zu verwischen. Als Sir Henry und ich am Frühstückstisch saßen, flutete das Sonnenlicht durch die hohen Bogenfenster herein und warf bunte Farbflecke von den Wappen, womit die Scheiben bemalt waren, auf Dielen und Wände. Das dunkle Holzgetäfel glühte in den goldenen Strahlen wie Bronze. Und wir konnten uns kaum vorstellen, dass wir in demselben Zimmer saßen, welches am Abend vorher unsere Seelen so trübe gestimmt hatte. »Mich dünkt, wir haben selber Schuld daran gehabt und nicht das Haus«, rief der Baronet. »Wir waren ermüdet von der Reise und kalt von der langen Wagenfahrt. Deshalb kam uns das Haus so grau vor. Jetzt sind wir frisch und munter und auch das Haus sieht wieder ganz heiter aus.« »Und doch ist es nicht nur auf unsere Einbildungskraft zurückzuführen«, antwortete ich. »Haben Sie nicht zum Beispiel jemanden, ich glaube, es war eine Frau, während der Nacht schluchzen gehört?« »Das ist sonderbar, dass Sie das sagen. Es kam mir nämlich, als ich halb eingeschlafen war, vor, als hörte ich so etwas. Ich wartete ziemlich lange, aber es ließ sich nichts mehr hören, und ich nahm daher an, es wäre nur ein Traum gewesen. Ich hörte es ganz genau und bin sicher, dass es in der Tat das Schluchzen einer Frau war. Wir müssen uns sofort danach erkundigen.« Er klingelte und fragte Barrymore, ob er uns über unsere Wahrnehmung Aufschluss geben könnte. Es kam mir so vor, als ob die bleichen Züge des Kammerdieners noch um eine Schattierung blasser würden, als er die Frage seines Herrn vernahm. »Es sind nur zwei weibliche Personen im Haus, Sir Henry«, antwortete er. »Die eine ist die Hausmagd, die im vorderen Flügel schläft, die andere ist meine Frau, und ich weiß bestimmt, dass die Töne unmöglich von ihr herrühren können.« Seine Worte waren indessen eine Lüge, denn zufällig begegnete ich nach dem Frühstück »Mrs. Barrymore« in dem langen Korridor, wo ihr das Sonnenlicht voll ins Gesicht fiel. Sie war eine großgewachsene Frau mit einem Ausdruck von Gleichmütigkeit auf ihren grob geschnittenen Zügen und einem festgeschlossenen, ernsten Mund. Aber ihre Augen waren verräterisch. Sie waren rot und sahen mich aus geschwollenen Lidern an. Also war sie es gewesen, die in der Nacht geweint hatte. Und wenn dies der Fall war, so mußte ihr Mann es wissen. Trotzdem hatte er es gewagt, eine so leicht zu entdeckende Lüge vorzubringen. Warum? Und warum hatte sie so bitterlich geweint? Schon umschwebte diesen hübschen, blassen, schwarzbärtigen Mann eine geheimnisvolle Atmosphäre. Er hatte zuerst Sir Charles Leichnam entdeckt. Nur auf seine Aussage beruhte unsere Kenntnis von den Umständen, die mit dem Tod des alten Herrn in Verbindung standen. War es vielleicht doch Barrymore, den wir in der Regent Street in der Droschke gesehen hatten? Der Bart konnte wohl derselbe sein. Nach der Beschreibung des Droschkenkutschers war jener Mann bedeutend kleiner, aber bei solchen Angaben ist leicht ein Irrtum möglich. Wie konnte ich in dieser Beziehung völlige Klarheit erlangen? Offenbar war es vor allem anderen notwendig, den Postmeister von Grimpton zu besuchen und mich zu vergewissern, ob das Telegramm wirklich an Barrymore zu eigenen Händen abgeliefert worden war. Mochte die Antwort ausfallen, wie sie wollte, jedenfalls hatte ich bereits etwas an Sherlock Holmes zu berichten. Sir Henry hatte nach dem Frühstück zahlreiche Papiere durchzusehen, sodass die Zeit für meinen Ausgang günstig war. Es war ein angenehmer Spaziergang von vier Meilen. Ich wanderte am Rand des Moores entlang und kam schließlich zu einem altersgrauen Dörfchen, worin sich zwei größere Gebäude, das Wirtshaus und Dr. Mortemars Haus, hoch über die niedrigen Hütten erhoben. Der Postmeister, der zugleich den Kramladen des Örtchens führte, erinnerte sich des Telegramms noch vollkommen deutlich und sagte, »Gewiss, Herr, das Telegramm habe ich genau nach Vorschrift an Mr. Barrymore bestellen lassen.« Wer bestellte es? »Mein Junge hier, James, du bestelltest doch letzte Woche das Telegramm an Mr. Barrymore in der Hall, nicht wahr?« »Ja, Vater, ich bestellte es.« »Zu eigenen Händen?« fragte ich. »Jee, nun, er war gerade in dem Augenblick oben auf dem Boden. Ich konnte es deshalb nicht eigenhändig an ihn bestellen. Aber ich gab es an Mrs. Barrymore selber ab und sie versprach, ihm das Telegramm sofort zu bringen.« »Bekamst du Mr. Barrymore zu sehen?« »Nein, Herr. Wie ich ihn sagte, war er auf dem Boden.« »Seine eigene Frau musste doch wohl wissen, wo er war«, sagte der Postmeister mürrisch. »Hat er denn das Telegramm nicht bekommen? Wenn irgendein Versehen vorgefallen ist, so ist es Mr. Barrymores Sache, sich selber zu beschweren.« Es schien mir aussichtslos zu sein, noch weitere Fragen zu stellen. So viel aber war jedenfalls klar, dass wir trotz Sherlock Holmes' List keinen Beweis dafür hatten, dass Barrymore nicht doch in London gewesen war. Angenommen, es war so. Angenommen, derselbe Mann, der zuletzt Sir Charles lebend gesehen hatte, sei der Erste gewesen, der hinter dem neuen Herrn her spioniert hatte, als dieser nach England zurückgekehrt war. Was folgte daraus? Handelte er im Auftrag andere? Oder trug er sich mit eigenen bösen Absichten? Was für ein Interesse konnte er daran haben, die Baskervilsche Familie zu verfolgen? Mir fiel die seltsame Warnung ein, die aus dem Leitartikel der Times ausgeschnitten war. War das sein Werk? Oder ging das möglicherweise von einem anderen aus, der seine Pläne durchkreuzen wollte? Der einzige Beweggrund, der sich denken ließ, war der von Sir Henry angedeutete, dass die Barrymores für Lebzeiten ein angenehmes Heim haben würden, wenn es ihnen gelänge, die Familie fortzugraulen. Aber eine solche Annahme reichte bei weitem nicht aus, um die augenscheinlich tief durchdachten und fein angelegten Pläne zu erklären, womit der junge Baronet wie mit einem unsichtbaren Netz umwoben worden war. Holmes selber hatte gesagt, ein verwickelterer Fall sei ihm während seiner ganzen ereignisvollen Tätigkeit nicht vorgekommen. Und als ich die einsame graue Straße entlang zurückwanderte, da betete ich zu Gott. Mein Freund möchte sich bald von seinen Geschäften freimachen und herkommen können, um die schwere Last der Verantwortlichkeit von meinen Schultern zu nehmen. Plötzlich wurde ich in meinem Nachdenken gestört, indem ich hinter mir schnelle Fußtritte und eine Stimme hörte, die meinen Namen rief. Ich drehte mich um, in der Erwartung, Dr. Mortimer zu sehen. Zu meiner Überraschung aber war es ein Unbekannter, der mir nachlief. Es war ein kleiner, hagerer Herr mit einem zarten, glatt rasierten Gesicht, flachsblond und hohlmangig, dreißig bis vierzig Jahre alt, mit einem grauen Anzug und Strohhut bekleidet. Eine Botanisierbüchse hing über seiner Schulter, und in der einen Hand trug er ein grünes Schmetterlingsnetz. Gewiss werden Sie die Freiheit entschuldigen, die ich mir herausnehme, Herr Dr. Watson, sagte er, als er keuchend die Stelle, wo ich ihn erwartete, erreicht hatte. Hier auf dem Moor sind wir Leute ohne viele Umstände und warten es nicht erst ab, dass wir in aller Form vorgestellt werden. Vielleicht werden Sie meinen Namen bereits von unserem beiderseitigen Bekannten Dr. Mortimer gehört haben. Ich bin Stapleton von Merripit House. Das hätten mir schon Ihr Netz und Ihre Botanisierbüchse sagen können, antwortete ich. Denn ich wusste bereits, dass Mr. Stapleton Naturforscher ist. Aber wie kommt es, dass Sie mich kennen? Ich hatte bei Mortimer vorgesprochen, und er zeigte sie mir vom Fenster aus, als er vorbeiging. Da wir denselben Weg haben, so dachte ich, ich könnte sie einholen und mich ihnen selber vorstellen. Ich nehme an, dass Sir Henry seine Reise gut bekommen ist? Er ist wohl auf, danke. Wir befürchteten eigentlich alle, dass nach Sir Charles' traurigem Ende der neue Baronet vielleicht nicht hier würde wohnen wollen. Es ist von einem reichen Mann viel verlangt, in eine solche Gegend zu ziehen und sich selbst lebendig zu begraben. Aber ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass für die Gegend sehr viel darauf ankommt. Sir Henry hegt doch wohl keine abergläubischen Befürchtungen? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Natürlich kennen Sie die Legende von dem Höllenhund, der das Geschlecht verfolgt. Ich habe davon gehört. Es geht über alle Begriffe, was für ein leichtgläubiges Volk die Bauern hier herum sind. Vom ersten bis zum letzten sind die bereit zu schwören, sie hätten ein solches Geschöpf auf dem Moor gesehen. Er sagte dies mit einem Lächeln. Ich glaubte indessen, seinen Augen anzusehen, dass er die Sache ernster auffasste. Die Geschichte beschäftigte Sir Charles' Gedanken in hohem Maß. Und ich zweifle nicht, dass sie die Ursache seines tragischen Endes wurde. Aber wieso denn? Seine Nerven waren so zerrüttet, dass der Anblick irgendeines Hundes wohl eine tödliche Wirkung haben konnte. Meiner Meinung nach hat der herzkranke Baronet in jener letzten Nacht wirklich etwas derartiges in der Taxusallee gesehen. Ich fürchtete schon längst, ihm möchte irgendeinen Unglücksfall zustoßen. Denn ich hatte den alten Herrn sehr gern. Und ich wußte, dass sein Herz schwach war. Woher wußten Sie das? Mein Freund Mortimer erzählt es mir. Sie glauben also, irgendein Hund verfolgte Sir Charles und er starb aus Angst vor dem Tier. Wissen Sie eine bessere Erklärung? Ich habe mir noch keine bestimmte Meinung gebildet. Aber Mr. Sherlock Holmes? Mir stand bei diesen Worten einen Augenblick, der Atem still. Aber ein schneller Blick auf das unbefangene Gesicht und die ruhigen Augen meines Begleiters zeigte mir, dass er es nicht auf eine Überrumpelung abgesehen hatte. Wir können nicht leugnen, dass Sie uns bekannt sind, Herr Doktor, sagte er. Die Berichte von den Taten Ihres Detektivs sind auch zu uns gedrungen. Und Sie konnten ihn nicht berühmt machen, ohne zugleich selbst bekannt zu werden. Als Mortimer mir ihren Namen nannte, konnte er es nicht ableugnen, dass Sie der wohl bekannte Gefährte des Mr. Holmes seien. Wenn Sie nun hier sind, so folgt daraus, dass Mr. Sherlock Holmes sich für die Sache interessiert. Und natürlich bin ich neugierig und möchte gerne hören, welche Ansichten er darüber hat. Die Frage werde ich Ihnen wohl leider nicht beantworten können. Darf ich fragen, ob er uns mit seinem persönlichen Besuch zu beehren gelingt? Zurzeit kann er nicht aus London fort. Seine Aufmerksamkeit ist von anderen Fällen in Anspruch genommen. Wie schade. Er hätte vielleicht etwas Licht in dieses Dunkel hineingebracht, das uns umgibt. Wenn ich ihn aber bei Ihren eigenen Nachforschungen in irgendeiner Weise von Nutzen sein kann, so bitte ich Sie über mich zu verfügen. Wenn ich irgendeinen Anhalt hätte, in welche Richtung Ihr Verdacht geht oder wie Sie Ihre Untersuchungen zu betreiben gedenken, so könnte ich Ihnen vielleicht sogar schon jetzt nützlichen Rat geben. Ich versichere Ihnen, ich bin ganz einfach hier auf Besuch bei meinem Freund Sir Henry und brauche keine Hilfe irgendwelcher Art. Ausgezeichnet, sagte Stapleton. Sie haben vollkommen recht, dass Sie vorsichtig und verschwiegen sind. Sie haben mir für meine, wie ich fühle, unentschuldbare Zudringlichkeit eine wohlverdiente Zurechtweisung erteilt und ich verspreche Ihnen, die Sache nicht wieder zu erwähnen. Wir waren inzwischen an eine Stelle gekommen, wo ein schmaler, grasbewachsener Pfad von der Straße abzweigte, um sich in Schlangenlinien über das Moor zu winden. Zu Rechten lag ein steiler, mit Felsblöcken übersäter Hügel, der in früherer Zeit als Steinbruch benutzt worden war. Die uns zugewandte Seite bildete eine dunkle Felswand, aus deren Spalten und Höhlungen Farnkräuter nickten und Brombeerbüsche hervorlugten. In einiger Entfernung schwankte am Himmel wie eine Riesenfeder, eine graue Rauchwolke hin und her. »Ein kleiner Spaziergang diesen Moorpfad entlang bringt uns nach Merripit House,« sagte Stapleton. »Wenn Sie vielleicht eine Stunde übrig haben, so könnte ich mir das Vergnügen machen, Sie meiner Schwester vorzustellen.« Mein erster Gedanke war, dass ich eigentlich an Sir Henrys Seite gehörte, aber dann erinnerte ich mich des Stoßes von Papieren und Rechnungen, mit denen sein Schreibtisch überdeckt war. Ich wußte, dass ich ihm beim Ordnen derselben nicht helfen konnte. Und Holmes hatte mir ausdrücklich gesagt, ich möchte die Nachbarn auf dem Moor genau studieren. Ich nahm also Stapletons Einladung an, und wir gingen miteinander den schmalen Weg entlang. »Es ist eine wunderbare Gegend, das Moor,« sagte er. Und dabei ließ er seinen Blick über die langen, grünen Hügelwellen mit ihren fantastischen Zackenkronen von Granit hinschweifen. Des Moors wird man niemals überdrüssig. Sie glauben gar nicht, was für wunderbare Geheimnisse es birgt. Es ist so weit und so wüst und so geheimnisvoll. Sie kennen es wohl genau? Ich bin erst seit zwei Jahren hier. In den Augen der Einheimischen bin ich noch immer ein Neuling. Wir kamen kurz nachdem Sir Charles sich niedergelassen hatte. Aber meine Liebhabereien trieben mich an, jeden Fleck hier in der Gegend genau zu erforschen. Und ich glaube, dass es wenig Leute in dieser Gegend gibt, die sie besser kennen als ich. »Es ist so schwer, sich hier zurechtzufinden?« »Sehr schwer. Sehen Sie zum Beispiel die große Ebene da nach Norden hin, woraus die eigentümlich geformten Erhöhungen hervorstechen. Bemerken Sie irgendetwas Auffälliges daran?« »Es wäre ein ausgezeichneter Platz für einen Galopp.« »Es ist ganz natürlich, dass Sie so denken. Dieser Gedanke hat schon manchen das Leben gekostet. Sie bemerken die hellgrünen Flecken, womit die Fläche dicht übersät ist? Ja, sie scheinen fruchtbarer zu sein als das übrige Land.« Stapleton lachte und rief, »Das ist das große Grimpener Moor. Ein Fehltritt bringt Menschen wie Tieren den Tod.« Erst gestern sah ich eins von den Moor-Ponys hineingeraten. Es kam nie wieder empor. Eine ziemlich lange Zeit sah ich den Kopf des Tieres noch aus dem Moorast doch hervorragend, aber schließlich saugte der Sumpf es doch hinunter. Sogar in den trockenen Jahreszeiten ist es gefährlich, über das Moor zu gehen. Aber jetzt, nach dem Herbstregen, ist es geradezu ein fürchterlicher Ort. Trotzdem finde ich meinen Weg zu den verborgensten Stellen und kehre lebend und gesund wieder zurück. Auch beim Himmel, da ist wieder eins von den unglücklichen Ponys im Sumpf. Etwas Braunes rollte und wälzte sich in den grünen Binsen. Dann schoss ein langer Hals in Todesangst sich reckend in die Höhe, und ein furchtbarer Schrei hallte über das Moor. Mich überlief es kalt vor Entsetzen. Aber mein Begleiter schien stärkere Nerven zu besitzen als ich. Weg ist es, sagte er. Der Sumpf hat's. Zwei in zwei Tagen und vielleicht noch viele mehr, denn sie streifen bei trockenem Wetter überall in dem Moor herum und wissen nie, den Moorast vom festen Boden zu unterscheiden, bis der Sumpf sie gepackt hat. Ein gefährlicher Ort, das große Grimpener Moor. Und sie sagen, sie können sich hinauffragen? Ja, es sind ein oder zwei Fußpfade vorhanden, die ein sehr gewandter Mann benutzen kann. Ich habe sie aufgefunden. Aber warum begeben sie sich denn auf einen so fürchterlich gefährlichen Boden? Je nun, sehen sie die Hügel da hinten? Das sind richtige Inseln, auf allen Seiten von dem ungangbaren Sumpf umschlossen. Da findet man die seltensten Pflanzen und Schmetterlinge. Wenn man hinzuzulangen weiß. Na, dann werde ich nächstens auch mein Glück versuchen. Er sah mich mit ganz verdutztem Gesicht an und rief, schlagen Sie sich um Gottes Willen einen solchen Gedanken aus dem Kopf? Ihr Blut würde über mein Haupt kommen. Ich versichere Ihnen, Sie hätten nicht die geringste Aussicht, lebendig wieder zurückzukommen. Auch ich vermag das nur, weil ich mir mehrere sehr schwer zu beschreibende Kennzeichen gemerkt habe. Hallo, rief ich. Was ist denn das? Ein langes, tiefes Stöhnen von unbeschreiblich traurigem Ausdruck schwebte gleichsam über das Moor zu uns heran. Es erfüllte die ganze Luft. Und doch war es unmöglich, genau zu sagen, woher es kam. Erst war es wie ein eintöniges Geflüster. Dann schwoll es zu einem tiefen Brüllen und verhallte wieder zu einem melancholischen, zittrigen Flüstern. Stapleton sah mich mit einem eigentümlichen Gesichtsausdruck an und sagte, sonderbarer Ort, dieses Moor. Aber was war das? Das Landvolk sagt, es sei der Hund von Baskerville, der nach seiner Beute brüllt. Ich habe es bisher ein- oder zweimal gehört, aber niemals so laut. Ein Angstgefühl machte mir das Herz kalt. Ich blickte rings um mich auf die gewaltige, von grünen Stellen übersprenkelte Ebene. Nichts regte sich auf der weiten Fläche als ein paar Raben, die mit lautem Gekrächts auf einer Felsspitze hinter uns saßen. Sie sind ein wissenschaftlich gebildeter Mann, sagte ich. Sie glauben doch nicht einen solchen Unsinn. Was ist nach Ihrer Meinung nach die Ursache dieses seltsamen Tones? Rastlöcher bringen manchmal sonderbare Geräusche hervor. Es kommt von herabsinkendem Schlamm oder vom aufsteigendem Wasser oder etwas Ähnlichem? Nein, nein, es war die Stimme eines lebendigen Wesens. Nun, vielleicht war es das. Haben Sie schon mal eine Rohrdommel brüllen gehört? Nein, niemals. Der Vogel ist in England jetzt sehr selten. Man kann sagen, ausgestorben, aber auf dem Moor ist alles möglich. Ja, es sollte mich nicht wundern, wenn sich feststellen ließe, dass der eben vernommene Ton der Schrei der letzten Rohrdomme war. Ich habe nie in meinem Leben so etwas Sonderbares, Geisterhaftes gehört. Ja, es ist eine recht unheimliche Gegend. Sehen Sie mal zu der Hügelreihe da drüben. Was sehen Sie da? Der ganze steile Abhang war mit mindestens zwanzig ringförmigen grauen Steinbauten bedeckt. Was sind denn das für Dinge? Schafhürden? Nein, es sind Heimstätten unserer werten Vorväter. In der vorgeschichtlichen Zeit war das Moor dicht von Menschen bevölkert, und weil später niemand mehr da gewohnt hat, so finden wir ihre ganze häusliche Einrichtung so, wie sie sie verlassen haben. Das sind ihre Weak Ones ohne Dächer. Sie können sogar noch ihre Kochherde und ihre Lagerstätten sehen, wenn die Neugierde sie hineinführt. Aber das ist ja eine richtige Stadt. Wann war sie bewohnt? In der neueren Steinzeit, Datum unbekannt. Was taten die Menschen hier? Sie weideten ihr Vieh auf diesen Abhängen. Dann lernten sie, nach Zinn zu graben, als das Bronzeschwert das Steinbeil zu verdrängen begann. Sehen Sie da? Die tiefe Grube am gegenüberliegenden Hügel? Das sind ihre Spuren. Ja. Sie werden allerlei Absonderliches auf unserem Moor finden, Herr Doktor. Oh, entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ganz gewiss ist das ein Zyklopides. Ein kleiner Käfer oder Falter war vor uns über den Weg geflattert, und ihm nur rannte Stapleton mit außerordentlicher Schnelligkeit und Gewandtheit hinter ihm her. Zu meinem Bedauern flog das kleine Ding auf den Morass zu, aber mein neuer Bekannter sprang, ohne sich zu besinnen, von einem Grasbüschel zum anderen, das sein grünes Schmetterlingsnetz in der Luft flatterte. Ich sah ihm nach, mit einem gemischten Gefühl von Bewunderung für seine außergewöhnliche Gewandtheit und von Furcht, er möchte den festen Grund unter den Füßen verlieren und in den trügerischen Morast hineingeraten. Plötzlich hörte ich Schritte und sah, als ich mich umdrehte, dicht vor mir auf dem Fußsteig, eine weibliche Gestalt. Sie war aus der Richtung gekommen, in der, nach der Rauchsäule zu urteilen, Merripit House lag. Aber die Bodenerhebung des Moores hatte sie meinen Blicken verborgen, bis sie mir ganz nahe war. Ich konnte nicht daran zweifeln, dass ich Miss Stapleton, von der ich schon gehört hatte, vor mir sah. Denn Damen mussten überhaupt sehr selten auf dem Moor sein, und ich erinnerte mich, dass von ihr als einer Schönheit gesprochen wurde. Eine Schönheit war die auf mich zukommende Frau ganz sicherlich, und zwar eine Schönheit ganz eigener Art. Man konnte sich keine größere Unähnlichkeit denken als zwischen diesem Geschwisterpaar. Stapleton hatte helles Haar und graue Augen, wie man sie jeden Tag sieht. Sie dagegen war die dunkelste Brünette, die ich bis dahin in England gesehen hatte. Schlank, groß, elegant. Ihr stolzes, feingeschnittenes Antlitz war so regelmäßig, dass man es für hätte ausdruckslos halten können, wären nicht die schönen Lippen und die lebhaften dunklen Augen gewesen. Mit ihrer tadellosen Figur und eleganten Kleidung war sie in der Tat eine eigenartige Erscheinung auf einem einsamen Moorfußpfad. Ihre Augen folgten ihrem Bruder, als ich mich umdrehte, dann beschleunigte sie ihren Schritt und kam auf mich zu. Ihre Augen folgten ihrem Bruder, als ich mich umdrehte, dann beschleunigte sie ihren Schritt und kam auf mich zu. Ich hatte meinen Hut gelüftet und wollte einige erklärende Worte sagen, aber ihre Anrede lenkte alle meine Gedanken in eine neue Bahn. »Reißen Sie ab«, sagte sie. »Reißen Sie augenblicklich wieder nach London.« Ich starrte sie verblüfft und sprachlos an. Ihre Augen blitzten mich an und sie stampfte ungeduldig mit dem Fuß auf. »Erklärungen kann ich nicht geben.« Sie sprach schnell, mit tiefer Stimme, an dem er ein eigentümliches Lispeln auffiel. »Um Himmels Willen tun Sie doch, worum ich Sie bitte. Reißen Sie ab und setzen Sie niemals wieder Ihren Fuß auf das Moor.« »Aber ich bin ja gerade erst angekommen.« »Mann, Mann«, rief sie. »Können Sie nicht auf eine Warnung hören, die zu Ihrem eigenen Besten ist. Gehen Sie wieder nach London. Reißen Sie heute Abend noch ab. Entfernen Sie sich unter allen Umständen von diesem Ort.« »Scht, da kommt mein Bruder.« »Lassen Sie von meiner Warnung kein Wort gegen ihn verlauten.« »Wollen Sie so freundlich sein, mir die Orchidee dort hinten zwischen den Schachtelhalmen zu pflücken? Wir haben hier auf den Moor sehr viele Orchideen. Freilich sind sie ein bisschen spät im Jahr gekommen, um doch alle Schönheiten unserer Gegend würdigen zu können. Stapleton hatte die Jagd aufgegeben und kam mit heißen Wangen und schwerem Atem zu uns zurück. »Sie da, Beryl«, sagte er, und es kam mir vor, als klänge der Ton seiner Begrüßung nicht gerade herzlich. »Nun, Jack, du bist ja recht erhitzt.« »Ja, ich war auf der Jagd nach einem Zyklopides. Er ist sehr selten, besonders im Spätherbst. Schade, dass ich ihn nicht fangen konnte.« Er sprach in gleichgültigem Ton, aber seine kleinen, hellen Augen flogen dabei fortwährend, zwischen dem Mädchen und mir hin und her. »Du hast dich selbst bekannt gemacht, wie ich sehe,« fuhr er fort. »Ja. Ich sagte geradezu Sir Henry, er sei ein bisschen spät gekommen, um die eigenartige Schönheit des Moors zu sehen.« »Sir Henry? Für wen hältst du denn den Herrn hier?« »Ich denke, es muss Sir Henry Baskerville sein.« »Nein, nein,« rief ich, »ich bin ein schlichter Bürgerlicher. Aber ich bin sein Freund. Mein Name ist Dr. Watson.« Eine Blutwelle des Ärgers schoss über ihr ausdrucksvolles Gesicht und sie sagte, »Unser Gespräch war also ein Missverständnis.« »Na, zu einem Gespräch hattest du nicht viel Zeit,« bemerkte ihr Bruder, wieder mit einem forschenden Blick. »Ich sprach, als wäre Dr. Watson ein Bewohner unserer Gegend statt eines Besuchers,« sagte sie. »Ihm muss es ziemlich gleichgültig sein, ob die Jahreszeit früh oder spät für Orchideen ist. Aber sie kommen doch gewiss mit nach Merripit House.« Es war nur noch ein kurzer Weg bis zu dem nüchtern aussehenden echten Moorlandhaus, das früher der Gutshof eines wohlhabenden Viehzüchters war, sich jetzt aber im Innern zu einem modernen Wohnhaus gewandelt hatte. Ein Obstgarten umgab es, aber die Bäume waren verkümmert und verkrüppelt, und das Ganze machte einen ungemütlichen und melancholischen Eindruck. Der alte, verschrumpfte Diener, in schlecht sitzender Livree, der uns empfing, passte zu seiner Umgebung. Das Haus enthielt indessen geräumige Zimmer, die mit einer Eleganz eingerichtet waren, in der ich den Geschmack einer Dame zu erkennen glaubte. Ich warf durch das Fenster einen Blick auf das Unendliche, mit Granitblöcken übersäte Moor, das sich ohne Unterbrechung bis zum fernen Horizont erstreckte. Und ich musste unwillkürlich bei mir denken, was kann denn nur einen feingebildeten Mann und ein schönes Mädchen veranlasst haben, sich eine solche Gegend als Wohnort auszusuchen. Nicht wahr? Ein sonderbarer Wohnsitz, fragte er, als habe er meine Gedanken gelesen. Und trotzdem fühlen wir uns hier recht glücklich. Was, Beryl? Sehr glücklich, erwiderte sie, aber ihre Worte klangen nicht eben überzeugend. Ich hatte eine Schule, fuhr Stapleton fort, da oben im Norden. Die mechanische Arbeit war für einen Mann meiner Veranlagung nicht gerade interessant, aber ich empfand es doch als ein großes Glück, täglich mit dem jungen Volk zu verkehren, die Knabenseelen zu formen und sie mit meinen eigenen Idealen zu erfüllen. Leider war das Schicksal uns feindlich gesinnt. Eine gefährliche Epidemie brach an der Schule aus, und drei von den Knaben starben. Von diesem Schlag mochte sich die Anstalt nie wieder zu erholen. Der größte Teil meines Kapitals war unwiederbringlich verloren. Der Verlust des prächtigen Verkehrs mit meinen Jungen war mir sehr schmerzlich. Aber davon abgesehen, möchte ich mich über mein Missgeschick beinahe freuen. Denn ich finde hier ein unbegrenztes Arbeitsfeld für mein großes Interesse an Botanik und Zoologie. Und meine Schwester liebt die Natur ebenso wie ich. Diese lange Rede, Herr Dr. Watson, hat sich nun über Ihrem Haupt entladen, weil Sie mit so nachdenklicher Miene auf das Moor hinaussahen. Es ging mir allerdings durch den Sinn. Es möchte hier wohl ein bisschen langweilig sein. Weniger vielleicht für Sie als für Ihre Schwester. Oh nein, ich langweile mich niemals, rief sie schnell. Wir haben unsere Bücher, unsere Studien und wir haben interessante Nachbarn. Dr. Mortimer ist in seinem Fach ein sehr gelehrter Herr. Der Amester Charles war ebenfalls ein prächtiger Gesellschafter. Wir kannten ihn gut und vermissen ihn mehr, als ich Ihnen sagen kann. Glauben Sie, dass ich ungelegen käme, wenn ich schon heute Nachmittag nach Basketball Hall ginge und Sir Henrys Bekanntschaft machte? Gewiss nicht. Im Gegenteil, er wird sich sehr freuen. Dann sind Sie vielleicht so gut, ihm zu sagen, dass ich die Absicht habe. Wir könnten vielleicht unseren kleinen Teil dazu beitragen, ihm die Eingewöhnung in der neuen Umgebung zu erleichtern. Wollen Sie mit nach oben kommen, Herr Doktor, und sich meine Schmetterlingssammlung ansehen? Ich glaube, sie ist die vollständigste im südwestlichen England. Bis Sie damit fertig sind, wird wohl das Essen bereit sein. Aber es trieb mich, wieder zu Sir Henry zu kommen. Die Melancholie der Moorlandschaft, der Tod des armen Pferdes, der geisterhafte Ton, der am hellen Mittag die grausige Sage von dem Höllenhund wieder heraufbeschworen hatte, dies alles gab meinen Gedanken eine düstere Richtung. Dann war zu diesen mehr oder weniger unbestimmten Eindrücken Miss Stapletons deutliche und gar nicht misszuverstehende Warnung gekommen. Sie hatte mit so eindringlichem Ernst gesprochen, dass es ohne Zweifel wichtige Gründe dazu gab. Ich lehnte deshalb trotz allem Drängen die Einladung zum Frühstück ab und machte mich sofort auf den Rückweg. Ich ging den grasbewachsenen Fußweg, auf dem wir gekommen waren. Es musste aber wohl noch einen kürzeren Weg geben, der den Eingeweihten bekannt war, denn bevor ich die Landstraße wieder erreicht hatte, sah ich zu meinem Erstaunen Miss Stapleton auf einem großen Stein neben dem Fußweg sitzen. Ihr Gesicht war vom eiligen Lauf gerötet, wodurch sie übrigens noch schöner erschien und sie hielt ihre Hand, auf das Herz gepresst. Ich bin den ganzen Weg gelaufen, um sie zu überholen, Herr Doktor, sagte sie. Ich hatte nicht mal so viel Zeit, um mir meinen Hut aufzusetzen. Lange darf ich mich nicht aufhalten, sonst würde mein Bruder meine Abwesenheit bemerken. Ich wollte Ihnen sagen, wie leid mir mein dummes Versehen tut, dass ich Sie für Sir Henry hielt. Bitte vergessen Sie meine Worte, die für Sie durchaus keine Bedeutung haben. Aber ich kann Sie nicht vergessen, Miss Stapleton, sagte ich. Ich bin Sir Henrys Freund und sein Wohlergehen liegt mir sehr am Herzen. Sagen Sie mir, warum Sie so dringend auf Sir Henrys Rückkehr nach London bestehen. Ach, eine Weiberlaune, Herr Doktor. Wenn Sie mich näher kennen, so werden Sie sehen, dass ich nicht immer imstande bin, für meine Worte oder Handlungen Gründe anzugeben. Nein, nein, der Ton Ihrer Stimme klingt mir noch in den Ohren. Ihr Blick steht mir noch vor Augen. Bitte, bitte seien Sie offen gegen mich, Miss Stapleton. Denn seit meiner Ankunft hier fühle ich mich von seltsamen Schatten umgeben. Das Leben kommt mir vor wie das große Grimpener Moor mit seinen unzähligen grünen Morastflecken, in denen man versinken kann. Und nirgends ein Führer, um den Pfad zu weisen. Bitte sagen Sie mir, was Ihre Worte bedeuten, und ich verspreche Ihnen, Ihre Warnung an Sir Henry zu bestellen. Ein Ausdruck von Unentschlossenheit glitt einen Augenblick über Ihr Gesicht. Aber Ihre Augen hatten bereits wieder ihren harten, kalten Glanz gewonnen, als sie mir antwortete. Sie legen meinen Worten eine zu große Bedeutung bei, Herr Doktor. Meinem Bruder und mir ging Sir Charles' Tod sehr nah. Wir hatten sehr vertrauten Umgang mit ihm. Denn sein Lieblingsweg führte ihn über das Moor zu unserem Haus. Er fühlte sehr tief den Fluch, der über seinem Geschlecht hing. Als dann sein tragisches Ende kam, da hatte ich den ganz natürlichen Eindruck, seine oftmals geäußerten Befürchtungen könnten nicht ganz unbegründet gewesen sein. Es machte mir daher Angst, dass wieder ein Angehöriger seines Geschlechtes hier wohnen wollte. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste ihn vor der ihm drohenden Gefahr warnen. Weiter beabsichtigten meine Worte nichts. Aber worin besteht die Gefahr? Sie kennen die Geschichte von dem Hund? Einen solchen Unsinn glaube ich nicht. Aber ich. Wenn Sie irgendeinen Einfluss auf Sir Henry haben, so bringen Sie ihn weg von einem Ort, der für seine Familie stets verhängnisvoll gewesen ist. Die Welt ist groß. Warum soll er gerade an einem so gefährlichen Ort leben wollen? Eben, weil der Ort gefährlich ist. Das ist Sir Henrys Natur. Ich befürchte, wenn Sie mir keine bestimmtere Auskunft geben, so werde ich ihn keinesfalls zum Fortgehen bewegen können. Irgendetwas Bestimmtes kann ich nicht sagen, denn ich weiß von nichts. Ich möchte an Sie noch eine Frage richten, Miss Stapleton. Wenn Sie mit Ihren ersten Worten, die Sie zu mir sagten, nur eine so unbestimmte Warnung beabsichtigten. Warum waren Sie dann so ängstlich und besorgt, Ihren Bruder nichts davon hören zu lassen? Daran ist doch nichts, wogegen er oder sonst ein Mensch etwas einwenden könnte. Er glaubt, das sei zum Vorteil unserer armen Moorleute. Er würde sehr ärgerlich sein, wenn er wüsste, dass ich irgendetwas sagte, was Sir Henry zum Fortgehen veranlassen könnte. Aber ich habe jetzt meine Pflicht getan und will nichts mehr sagen. Ich muss jetzt nach Hause, sonst merkt er, dass ich fort war und wird mich im Verdacht haben, dass ich mit Ihnen gesprochen habe. Leben Sie wohl. Sie drehte sich um und war in wenigen Minuten hinter den Granitblöcken verschwunden. Ich dagegen setzte meinen Weg nach Baskerville Hall fort, das Herz von unbestimmten Befürchtungen erfüllt.